So Hannes, du darfst. Ja, ich darf, wunderbar. Es ist alles ein bisschen anders jetzt gerade, denn das seht ihr jetzt vielleicht nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir sehen uns jetzt erstmals tatsächlich bei der Podcast-Aufnahme und zudem sind wir nicht nur zu dritt, wie sonst auch, sondern wir haben heute einen Gast, um wen es sich dabei handelt. Das klären wir gleich. Markus ist jetzt erst mal dran und spielt das Jingle ab. Viel Spaß. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Muren. Es hat geklappt mit der neuen Software. Super. Ich freue mich. Perfekt. Großartige Sache. Herzlich willkommen zur Folge 112 vom MTB News Podcast Pokal oder Spital. Und ja, die ersten Grüße gehen raus an Markus. Ich gehe mal davon aus in den Osten der Republik nach Brandenburg. Hallo Markus. Brandenburg. Genau so ist es ja. Hallo Hannes. Ich grüße euch auch. Schön, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Es ist das erste Mal im neuen Jahr, oder? Ja. Also frohes Neues auch noch. Genau. Moritz, du bist auch da. Grüße nach Bad Kreuznach. Genau. Hab ich ja gerade schon ausgefragt, wo du bist. Ja, ja. Heute in Bad Kreuznach zu sehen am wunderbaren MTB News Wandkalender. Ja, ich bin heute mal nicht in Mainz, sondern ausnahmsweise im Büro und tue so, als würde ich von hier aus arbeiten. Tür zu an. Ja, und wir haben noch einen Gast und das ist ein sehr besonderer Gast. Und warum das speziell für uns besonders ist, das werden wir im Laufe der Sendung noch klären. Aber wir haben ein noch viel wichtigeres Projekt, was wir vorher besprechen werden. Denn unser Gast ist Markus Knüffken. Hallo Markus. Hallo Hannes. Hallo Markus. Hallo Moritz. Hallo, hallo. So, und ja, das Ding ist, Markus Knüffken, keine Ahnung, ein paar Leute werden vielleicht nicht wissen, wer ist jetzt irgendwie real. Alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen Markus Knüffken. Das werden wir hoffen. Und die Leute, die es nicht wissen, dem sei nochmal ans Herz gelegt, ihr wisst alle, was unser aller Lieblingsfilm ist, von dem wir immer irgendwelche Sachen abspielen und so weiter. Und Markus Knüffken spielt in diesem ominösen Film namens Bang Boom Bang nämlich mit. Und zwar, Markus, ja, wen hast du denn damals gespielt in dem Film? Den Andreas Fink, oder besser bekannt als Action Andy, den besten Freund von Keg, den durfte ich da spielen. Und das ist mir weiterhin, obwohl es, glaube ich, fast 25 Jahre jetzt her ist, wo wir das Ding gedreht haben. Ich glaube, 98 haben wir es gedreht. Also tatsächlich, ne, Vierteljahrhundert, also, ich habe mich extra nochmal rasiert für euch, dass ich nicht ganz so alt aussehe. Ja, und das war ein toller Film und bin immer glücklich, wenn ich darauf angesprochen werde. Deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn ihr da noch ein paar Fragen später dazu habt oder wenn ihr was wissen wollt. Ich verrate euch alles. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber du bist heute in erster Linie wegen was anderem da. Ja, Markus, fass du doch mal ganz kurz zusammen, vielleicht hast du ja aufgepasst und deine Hausaufgaben gemacht, worum es geht, Markus. Also, ich meine, es ist uns, Markus Brandenburg. Das ist so gut. Würde ich direkt auch machen und da würde ich nämlich mit deinen Hausaufgaben anfangen. Du hast ja nämlich schon wieder nicht die Reihenfolge gemerkt, denn zuerst klären wir mal, was wir heute zu trinken am Start haben. Das war alles nur ein Test. Ach so. Ja, Hannes, erzähl doch mal, was hast du heute zu trinken am Start? Ich habe heute keinen Alkohol hier. Ich habe zwar auch mal wieder ein Bier vorgetrunken und zwar habe ich ein Winterbier mal wieder vorgetrunken vor ein paar Tagen, aber heute trinke ich eine Afri-Cola, weil es ist mal wieder 14.16 Uhr aktuell, Dienstag, 10. Januar nehmen wir auf und da ich später vielleicht noch kurz aufs Rad steigen werde, werde ich jetzt eine Cola trinken und nebenbei einen Kaffee vielleicht noch. Ist das wieder so eine schöne gefräste Flasche? Das ist diese gefräste Flasche, genau. Hier könnt ihr sehen. Das könnte sich nochmal in Quantum Running entwickeln mit der Fräse. Das hat sich jetzt schon gelohnt, dass wir per Video aufnehmen, muss ich sagen, denn man kann das endlich mal zeigen und muss nicht mit irgendwelchen Links hantieren. Das ist schon sehr gut. Genau, und dann kann man sich auch gleich mansplayen lassen, dass das ja nicht gefräst ist, sondern egal. Markus, hast du dich gut vorbereitet? Hast du was zu trinken am Start? Ich habe tatsächlich was zu trinken am Start. Ich zeige lieber vorsichtig, da ist wirklich was drin. Und zwar Hafer-Cappuccino, selbst gemacht, aus der Senseo-Maschine rausgedrückt und dann selbst mit der Hand aufgeschäumt und das ist tatsächlich mein Lieblingsgetränk. Also ich trinke seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr, deswegen kann ich auch leider nicht mal was vortrinken und, nein, nicht ganz, 20 Jahre, aber 15, egal. Auf jeden Fall ist das mein Lieblingsgetränk und ich liebe Koffein und wenn ich jetzt den nicht hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auf Coca-Cola oder auf irgendwelche andere Cola-Getränke zurückgreifen. Prost. Prost. Ich liebe ja auch Koffein. Ich habe, wie immer, Clubbarten am Start. Ja, gut. Also wenn du auf Koffein stehst, vielleicht ist das ja was auch für dich, keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, auch schon von den 112 Folgen in 80 davon getrunken. Ja, wie immer. Moritz, was hast du? Ja, ich habe heute keinen Kaffee, weil ich schon drei oder vier Stück davon getrunken habe, auch in unserer berühmten und berüchtigten Redaktionskaffeemaschine. Deswegen habe ich heute ein Glas Kombucha dabei. Ui. Oh, in einem Glas sogar, nicht in einer Dose. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt hier auch mal die Filmaufnahmen starten, dann trete ich möglichst neutral auf und zeige hier keine Marken in die Kamera. Ich habe extra ein Glas organisiert, ein ungeblondetes, aber jetzt ist es auch egal. Aber hier, als kleiner Gag noch, weil ich ja wusste, dass ihr Bambungbeng so mögt, so hieß die Produktionsgesellschaft. Das ist, glaube ich, spieleverkehrt. Das war Indigo. Indigo. Und das ist tatsächlich auch ein Vierteljahrhundert alt. Es ist noch nicht kaputt gegangen. Man denkt ja, so eine Taste, wenn man nur eine davon hat, die muss ja einfach mal runterfallen. Toi, 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 ist noch nicht passiert. Super gut. Meine Kampmann-Airpotent-Verkehrspartner-Tasse ist auch noch ganz. Die habe ich heute aber nicht hier. Die nehme ich. Die hätte ich auch gerne. Die habe ich nicht. Nur mein altes Prick, wo da drauf steht. Fragen wir mal den Hannes. Der hat mir die mal irgendwann geschenkt. Vielleicht hat er noch einen. Ja, ich habe die tatsächlich, ich habe die selber halt zusammengefrickelt. Mit einem Logo und auf einer Tasse. Und ja, das funktioniert. Und deswegen, ich glaube, die gibt es als Fan-Material tatsächlich nicht. Gibt es nicht? Ja. Nee. Es gab nur die kleinen Feuerzeuge, wo das drauf stand. Ja, ja, ja. Stimmt. Die auch im Film vorkommen. Da hatten wir jetzt. Dieser Lastwagen. Ja, der Lastwagen. Genau. Oh, supergeil. Okay. Den Knuck, den kannst du behalten. Ja, ja, lass mal stecken. So, bevor wir jetzt hier komplett abdriften. Wir haben dich ja hauptsächlich eingeladen, nicht um über Bang Boom Bang zu sprechen, sondern über ein Projekt, was du im letzten Jahr gemacht hast, was ziemlich eindrucksvoll ist. Das nennt sich Bike... Nein, Entschuldigung, ich fahre nochmal von vorne an. Das nennt sich Bike... Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Shit. Hier steht Bike Biking Cleanup. Nein, das heißt Big Biking Cleanup. Magst du mal ganz kurz erzählen, worum es da geht? Beim Bike Biking Cleanup ging es darum, dass wir, also ich habe das mit einem Freund zusammen gestartet, dass wir eine Tour um Nord- und Ostsee herum machen. Die sollte so drei Monate dauern, hat dann am Ende 95 Tage gedauert. Und dass wir uns vorgenommen hatten, jeden Tag Plastikmüll zu sammeln, weil wir eben auf die Plastikvermüllung der Meere aufmerksam machen wollen. Oder wollten und wollen. Und am Ende wollten wir eben zeigen, wie viel Plastikmüll wir gesammelt haben. Und gleichzeitig das Wichtigste, deshalb habe ich auch mein Mützchen an oder hier auch noch meinen Sweater mit One Earth, One Ocean. Das ist nämlich der vereingetragene Verein, für den wir unterwegs waren. Und die haben ein Müllsammelkonzept auf die Beine gestellt. Die haben zwei Müllsammelschiffe, ein kleines. Das heißt, der Seehamster, für den wir gesammelt haben, der kostet ungefähr in der Herstellung 20.000 Euro, fährt auf die Flüsse raus, holt das Plastik, also keschert das im Endeffekt ganz simpel von der Oberfläche ab und schafft damit aber auch noch Arbeitsplätze. Sind zum Beispiel in Kambodscha tätig. Für die Leute dort ist das wirklich auch eine Einnahmequelle. Das Plastik kann wieder verkauft werden, wird vorher natürlich sortenrein sortiert. Und diese arbeiten aber auch noch daran, noch ein richtig großes Schiff herzustellen, den sogenannten See-Elefanten. Also dafür gibt es bisher nur ein Konzept. Der soll dann so groß sein, dass der Seehamster und die Seeku, das ist das Zwischenschiff, was auch schon im Meer draußen aktiv ist, ein bisschen größer ist, solarbetrieben auch ist. Mittlerweile gibt es einen solarbetriebenen, dass die eben den Müll dort, den sie eingesammelt haben, zu diesem großen Schiff bringt, so einen See-Elefanten. Und der hat tatsächlich eine Anlage an Bord, wo aus diesem Plastik, wenn es dann vorsortiert wurde, da kann man dann wieder schwefelfreies Heizöl rausmachen. Also diese Schiffe können sich sozusagen ihren Treibstoff selber machen oder Treibstoff herstellen, der dann später wieder verkauft wird. Oder wenn es gut läuft, dann auch wieder zur Plastikherstellung benutzt wird. Also ein Kreislaufsystem soll dann damit initiiert werden. Genau. Und die Gesellschaft heißt One Earth, One Ocean, gibt es seit zehn Jahren. Günter Bonin ist der Gründer und für die waren wir unterwegs. Und wie wart ihr denn unterwegs? Das hast du noch gar nicht gesagt. Wir wissen es jetzt natürlich, aber die Leute, die hier zuhören, die sagen, hat er sich dann da ein, hat er sich in sein SUV gesetzt und ist da losgeballert oder was hat er gemacht? Genau deswegen bin ich bei euch, weil es sich um ein Fahrrad handelt. Leider nicht um ein cooles Mountainbike mit innen verlegten Dämpfern, wie ihr die letztes Mal von Scott vorgestellt habt. Das habe ich mir dann tatsächlich auch als Fahrrad-Nerd angeguckt, weil ich gedacht habe, boah, sowas gibt es schon. Nee, wir waren auch mit einem etwas außergewöhnlichen Fahrrad unterwegs. Wir haben uns nämlich zwei Lastenbikes ausgesucht. Und da war auch nochmal der Gedanke dahinter, so ein normales Reiserad, damit ist ja in Anführungsstrichen dann jeder Radreisende unterwegs. Wir dachten aber, es soll ja eine symbolische Aktion sein mit dem Plastikmüll sammeln. Man sammelt, also man braucht etwas Größeres, wo man mehr Plastikmüll, wir waren ja auch für Instagram, also für Instagram, wir waren mit der Hilfe von Instagram unterwegs, also wollten wir unsere Botschaft über die sozialen Medien nach draußen senden. Und da haben wir uns gedacht, dann ist doch so ein auffälligeres Fahrrad mit so einem großen Korb vorne, mit so einer großen Ladefläche irgendwie besser. Und deswegen haben wir uns ein Lastenbike ausgesucht und gleichzeitig auch noch ein Gedanke, der dahinter stand, da war auch so ein bisschen Mobilitätswende, dass man so sagt, komm, wenn so ein Lastenbike so eine Tour aushält, dann eignet sich das natürlich auch für jeden Einkauf in der Stadt und dann kann man auch mal ein bisschen Werbung für das Konzept machen, ja. Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben zu dem Lastenrad und zur Haltbarkeit und so weiter. Ich habe das Video auch schon angeschaut. Aber vielleicht nochmal von vorn, so die Runde, du hast gesagt Nord- und Ostsee, durch welche Länder ging denn das? Kannst du das so ungefähr beschreiben, dass man was vor Augen hat und um welche Strecke handelt sich das am Ende? Also Hamburg war der Startpunkt gewesen. Dann sind wir die Elbe runter Richtung Nordsee und dann dort immer an der Nordseeküste entlang, über die Grenze nach Dänemark, dann bis, nicht ganz zum nördlichsten Punkt von Dänemark bis Hirzhals und von dort die Fähre nach Norwegen genommen, dann in die norwegische Nordsee-Atlantik-Küste weiter hoch, Atlantik sagt man glaube ich nicht, Nordmeerküste weiter hoch Richtung Norden bis zur Höhe von Trondheim. Eigentlich wollte man da noch 1000 Kilometer weiter an der Nordsee-Norwegen-Küste hoch, aber da gab es kältetechnisch so viele Probleme, dass wir dann gesagt haben, nee, wir biegen jetzt mal Richtung Schweden ab, wir müssen jetzt zur Ostsee kommen, es muss wärmer werden. Sind dann von dort über Land zur Ostsee. Östersund, glaube ich, noch eine größere Stadt, die Leute kennen könnten, dort dann an die Ostseeküste und dann immer der Küste entlang bis zum nördlichsten Punkt der Ostsee. Haparanda heißt da das schwedische Städtchen und von dort dann über die Grenze Richtung Finnland und von da an dann immer südlich an der Ostseeküste entlang, nach Turku, von da wieder nach Osten abgebogen, nach Helsinki. Eigentlich wollten wir sogar noch, wenn es den Ukraine-Krieg nicht gegeben hätte, hätten wir noch St. Petersburg besucht. Das war in der Vorplanung tatsächlich natürlich mit drin gewesen. Um da auch noch die Ostsee auszufahren, haben wir natürlich dann logischerweise nach dem Angriffskrieg gesagt, das machen wir nicht. Ist ja unmöglich, aber selbst wenn es erlaubt gewesen wäre, macht man sowas natürlich aus moralischen Gründen nicht. Und dann mit der Fähre von Helsinki rüber nach Tallinn, Estland, dann durch Estland an der Küste entlang, immer an der Küste entlang, nach Lettland, von Lettland nach Litauen, von Litauen um Kaliningrad herum, die Enklave, dann nach Polen rein, dann wieder an die Ostseeküste von Polen und dann an der Küste entlang zurück bis knapp vor Lübeck und dann abgebogen wieder ich drunter nach Hamburg, 7200, ich habe es mir aufgeschrieben. 39, 36 Kilometer waren es, abzüglich, die sind die Fährkilometer schon abgezogen. Genau. Also eine Fahrradkilometer, das heißt in 95 Tagen bist du fast 80 Kilometer am Tag mit einem Lastenrad gefahren. Das ist richtig, das war auch die Planung. Respekt. Genau, war tatsächlich so 80 Kilometer kann man es schaffen und dann kamen ungefähr auch diese drei Monate raus, ja. Absoluter Wahnsinn. Ich habe das Video geguckt, habe die Strecke gesehen und ich dachte, 7000 irgendwas, da brauche ich ein ganzes Jahr für, das ist schon krass. Dann habe ich es kurz gerechnet im Kopf und dann dachte ich, nee, das kann ja nicht sein, nicht mit so einem riesen Lastenradtrümmer, aber hat er wirklich gemacht. Total krass. Ich fand es war krass, es wurden immer mehr Länder dann, also ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Du hattest uns ja vorher so ein bisschen kurz so Bescheid gegeben und dann guckst du den Film und denkst dir, ach krass, ja okay, dann geht es halt los, okay, ja, Dänemark, Norwegen, Schweden, ach so, ah, ja okay, dann Baltikum auch noch komplett mitgenommen und ich so, ach krass, also das war ja auch, ja, ich fand es wirklich irre irgendwie. Ich denke, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, so was die Leute angeht. Also ich musste direkt danach sagen, wäre dieser zeitliche Aspekt nicht, den ich einfach gerade irgendwie einfach nicht hätte, jetzt irgendwie halt das für drei Monate zu machen, finde ich diese Route halt wahnsinnig spannend, einfach so einfach zu fahren. Also weil ich glaube und man sieht es ja auch, es ist natürlich auf eine Stunde runtergebrochen, was natürlich wahnsinnig kurz ist für so einen Riesentrip. Aber auch da sieht man ja schon, wie viele Begegnungen du hattest, was halt auf so einer Reise alles passiert. Also das ist komplett irre. Bevor wir vielleicht mal kurz zum Rad kommen, würde mich mal interessieren, rein aus so einer Bikepacking-Perspektive, wie hast du dir auf der Route deine Schlafplätze ausgesucht? Man sieht es ja teilweise, es gab dann irgendwie so ein Tiny House, am Ende habt ihr dann so gesagt, irgendwie was dann so in der Gegend stand, wo du noch in so einem anderen Bikepacker unterwegs warst und sonst hast du relativ auch in der Natur mal gepennt und so. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du dir deinen Schlafplatz ausgesucht jede Nacht? Ja, das ist eine gute Frage, weil rein von der Planung, also das ist ja immer das, was man am Anfang denkt, wie es wird oder wie es kommt, so kommt es halt meistens dann doch überhaupt nicht. Und eigentlich war von Anfang an geplant gewesen, wir waren ja, muss man dazu sagen, mit elektrifizierten Lastenbikes unterwegs. Was auch nochmal so ein Gedanke war, also mittlerweile nach der Tour, um schon mal zu spoilern, nie wieder mit elektrifizierten Bikes, also auf jeden Fall nur mit Muskelkraft, weil die letzten 1500 Kilometer musste ich ja dann gezwungenermaßen, wo wir noch dazu kommen mit meinen Pleiten Pech und Pann, musste ich dann den Motor wieder nach Deutschland zurückschicken und habe mir dann in Litauen von zwei sehr netten Fahrradmechanikern einfach ein normales Hinterrad einbauen lassen und habe dann auch gemerkt, es ist ohne Probleme möglich. Man darf nur nicht so viel Gepäck mit haben, wie wir am Anfang dabei hatten, weil am Anfang hatte ich 50 Kilo Gepäck dabei und am Ende hatte ich 25 Kilo dabei und die reichen komplett aus. Aber es ist halt immer diese Panik, dass man denkt, man muss auf alles vorbereitet sein. Für jeden Idiotenzufall muss ich das richtige Gimmick dabei haben, die richtige Klamotte dabei haben, die richtigen Handschuhe, bla bla bla. Dabei kann man sich ja auch, wenn es irgendwie schlimm kommt und man ist jetzt nicht im Dschungel unterwegs, man kann sich ja überall auch was kaufen, mal ganz doof. Also die Möglichkeit hat man ja. Man muss auch nicht mit drei Paar Schuhen losfahren, was ich gemacht habe. Es reicht dann auch ein Paar und das schickt man dann irgendwann nach Hause und irgendwann kauft man sich dann noch ein paar Sandalen, weil die reichen dann aus, weil die letzten anderthalb Monate bin ich, glaube ich, wirklich nur in Sandalen gefahren. Das ging eben auch, weil dann war es endlich warm und dann war es herrlich und solche Sachen. Und deshalb war am Anfang geplant gewesen, weil wir ja Abenteuerpurschen sind. Wir machen immer Wildcampen und wir hatten uns gedacht, wir können tagsüber irgendwie mal eine kleine Pause irgendwo hier und da machen und den Akku aufladen. Aber so funktioniert das eben nicht. Der Akku, wenn der wirklich leer gefahren ist, der braucht fünf Stunden. Du kannst nicht für fünf Stunden am Tag irgendeine Pause machen, wenn du im Rhythmus drin bist. Du kannst halt irgendwie eine halbe Stunde Pause machen, aber dann willst du wieder Fahrrad fahren. Das geht einfach nicht. Und dann kam tatsächlich auch noch das Wetter dazu, dass wir dann ganz froh waren zum Teil auch, doch irgendwie mal auf dem Campingplatz zu sein, weil auf dem Campingplatz hattest du dann auch die Möglichkeit, mal in so eine Campingküche zu gehen, die dann wirklich warm war und dir da dein Essen zuzubereiten und dich da irgendwie dann doch nochmal ein bisschen Gemütlichkeit zu Genüge zu führen, anstatt immer nur ins Zelt und in den Daunenschlafsack reinzukriechen und dich da zu verstecken, weil das wäre, glaube ich, dann die einzige Option gewesen. Und deswegen habe ich so 50-50 gehabt. Ich hatte dann mit Andreas, mit meinem Kumpel, mit dem ich das zusammen begonnen habe, im Endeffekt 52 Tage auf dem Campingplatz. Mit einer Ausnahme, weil tatsächlich mal der Campingplatz, den wir anvisiert haben, dann ein Lost Place war. Der war irgendwie aufgegeben, da war niemand mehr. Es war auch sehr abgefahren, dass man da ankam und sagte, ah, hier ist die Rezeption. Nee, das ist, die sieht nicht so aus wie eine, waren überall eingeschmissene Scheiben. Und dann sind wir da rumgeirrt auf diesem Gelände und haben noch nach einem Strom gesucht, natürlich verzweifelt. Überall waren Steckdosen, aber der Strom war überall abgeklemmt. Aber tatsächlich haben wir dann da in der Nähe eine Kirche gefunden und hinter der Kirche waren Toilettenhäuschen und da war eine Steckdose drin. Also es ist dann auch schon krankhaft gewesen, dass man dann durch diesen Elektroantrieb überall Steckdosen gesucht hat und überall auch im Endeffekt immer dann Strom geklaut hat, was ja dann irgendwie, also so schlimm ist es auch nicht, aber trotzdem ist es auch kein richtig gutes Gefühl. Und hinter den letzten 43 Tagen, die ich alleine unterwegs war, da habe ich tatsächlich, würde ich sagen, bis auf drei, vier Nächte immer wild gekämmt. Und am Anfang habe ich dann sowas gemacht, was ich gerade schon so angedeutet habe, über den Tag irgendwo geguckt, wo ich meinen verschrecklichen Strom herkriege und dann auch zwei, drei so halb kriminelle Sachen gemacht, dass man irgendwo mal gesehen hat, da ist eine Baustelle, ach, da liegt noch ein Kabel rum, sieht mich ja keiner. Aber dann trotzdem schlecht gefühlt, wenn man draußen stand und gewartet hat und dann sah, dass da doch mal drei LKWs reingefahren sind und nur gedacht hat, oh Gott, wie peinlich ist das jetzt, wenn die jetzt sehen, dass ich da meinen Akku dranhängen habe. Und deshalb waren ganz am Ende diese knapp drei Wochen, wo ich eben ohne Unterstützung unterwegs war und dann wirklich so eine echte Freiheit plötzlich gespürt habe, ey, darum muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Ich check einfach aus, wo ein guter Schlafplatz ist und lass das einfach sein mit diesem Strom gehadere. Das war sehr befreiend und gleichzeitig ging es ja auch, was ich vorhin sagte, wenn das Gepäck dann ein bisschen reduziert war und höchstwahrscheinlich ist da auch schon das Training von den fast zwei Monaten, die ich dann vorher eben sozusagen schon unterwegs war. Das war natürlich auch in meinen Muskeln drin, aber ich glaube mal ganz doof, das hätte man am Anfang vielleicht nicht ganz so lange Distanzen gemacht und hätte sich dann gesteigert, also es wäre eigentlich auch andersrum gegangen, bin ich mir ganz sicher. Ich möchte das auch ehrlich gesagt nochmal machen. Was du schon gesagt hast, wenn ich die Zeit nochmal hätte, dann würde ich das total ein bisschen andere Route, mehr im Inland, nicht so an der Küste entlang, hätte ich ja dann auch die Freiheit und dann eben ohne elektrische Unterstützung und dann wirklich, soweit es geht, alles wild. Und das wäre nochmal ein Traum von mir, dass ich das mir nochmal irgendwann erfüllen kann. Mal gucken, wann das möglich ist. Krass. Da hast du ja direkt auch schon wieder eine Antwort zu einer Frage vorweggenommen, die ich später noch stellen wollte, aber nicht so schlimm. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das so zu machen mit dem Fahrrad? Und hast du dir irgendwie Unterstützung geholt noch vorher, jetzt sei es irgendwie mental oder auch materiell oder finanziell? Oder wie ist das gelaufen, dass es denn wirklich so aus der Idee raus zu einem konkreten Projekt wurde? Also da muss ich, ich muss immer, merkt, Schauspieler labert, ich muss immer so ein bisschen. Das ist in Ordnung. Du, wir machen das sonst auch. Wir labern auch immer. Das passt schon. Da muss ich tatsächlich auch noch ein ganz bisschen ausholen, weil es war tatsächlich so eine, es war so gar nicht so die eine große Idee, sondern das hat sich so nach und nach aus gewissen Sachen ergeben. Also vor sieben Jahren habe ich den Andreas kennengelernt, der ist Schriftsteller. Und dann hatten wir, hatte er ein Drehbuchprojekt aus Klamüsat, hatte mich angefragt, ob ich ein Interesse hätte, da vielleicht mitzumachen. Aber aus dem Projekt ist da nie etwas geworden. Aber durch dieses Kennenlernen ist dann diese Outdoor-Freundschaft daraus geworden, weil wir festgestellt haben, dass wir beide irgendwie ganz viel Bock haben, viel wandern zu gehen. Das aber immer alleine gemacht haben, weil wir eigentlich in unserem direkten Freundeskreis nie so einen Buddy oder so einen Kumpel hatten, der Bock hatte auf solche Aktionen. Und dann haben wir mal eine Alpenüberquerung als erste gemeinsame Tour anvisiert. Die hat gut funktioniert. Und aus dieser Alpenüberquerung sind dann mehrere kleine Touren entstanden. Und dann eine große Tour, die wir auch gemeinsam gemacht haben, eine zweiwöchige Tour im Sarek in schwedisch Lappland. Und das war so toll, diese Tour, weil sie halt wirklich so richtig, wie wir uns das gewünscht hatten, in einer echten Wildnis stattgefunden hat. Weil der Sarek ist bekannt dafür, dass es dort in dem Sinne keine markierten Wanderwege gibt. Sondern du hast da ein Gebiet, da darfst du überall hin. Das ist dir erlaubt. Also du musst da nicht auf Trampelfahrten, die da tatsächlich existieren, weil halt Leute schon am Fluss immer entlanglaufen, dann entsteht halt eine Trampelfahrt. Aber am Ende des Tages ist dir immer freigegeben, dir deinen eigenen Weg zu suchen. Und diese zwei Wochen waren klasse. Und die waren so klasse, dass wir da wieder nach Hause kamen und Andreas dann die Idee hatte, lass uns doch mal versuchen, da ein Buch rauszumachen. Dann hatte er eben, weil er Schriftsteller ist, schon gute Kontakte zu seinem Verlag. Dann haben wir da angefragt, dann durften wir dieses Buch machen, dann haben wir das Buch gemacht und hatten dann auch Spaß und Gefallen gefunden, also aus diesem Wanderprojekt ein Buchprojekt zu machen. Und haben uns dann gesagt, boah, sowas müssen wir eigentlich nochmal machen, aber jetzt müssen wir mal was ganz anderes machen. Und weil wir halt beide verliebt in die Natur sind, haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie auch gucken, dass wir das jetzt nicht nur als reiner, zwei ältere Männer machen nochmal ein Abenteuer, sondern dann irgendwie zwei ältere Männer machen was. Aber vielleicht machen sie auch was für die Umwelt, weil uns ja die Umwelt so am Herzen liegt. Weil du bist die ganze Zeit in der Natur unterwegs und nimmst es eigentlich nur. Und bist, was weiß ich, erschlagen von der Schönheit der Natur und hast Demut und all diese Sachen, aber zurückgeben tust du nichts. Also du ärgerst dich, wenn du dann Müll siehst, aber du machst nichts. Du nimmst ihn vielleicht mit. Okay, das ist das Einzige, was du machst. Und da entstand dann tatsächlich, und den Credit kriegt Andreas auf jeden Fall zu 100 Prozent, dass er irgendwann sagte, weißt du was, ich hatte dann schon eine Idee, wir fahren das nächste Mal nach Mazedonien und machen da und da und das. Und er sagte, nee, 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 wir machen was ganz anderes. Wir fahren mit dem Fahrrad um den Norden. Und ich so, hör, wie kommst du denn da rauf? Ja, da ist der längste Fahrradweg der Welt ausgeschildert und sammeln dabei Plastikmüll. Und dann habe ich gesagt, ey. Wie heißt der genau? Der North Sea Circuit, glaube ich, heißt der Bicycle Circuit. Aber das Problem bei dem ist, also dann habe ich gesagt, super Idee, Andreas, das machen wir, ich recherchiere das. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, der ist ja logischerweise wie jeder, der so ein bisschen geografische Checkungen hat, das ist ja nicht Festland alles, sondern da fährst du über England, über Schottland, über Belgien und dann der Küste, auch Dänemark, auch Norwegen, aber von Bergen musst du die Fähre nehmen und die würde dann über die Fähreinseln zu den Shetland-Inseln und von den Shetland-Inseln. Und das gibt es nicht mehr. Die ist, glaube ich, vor sieben Jahren eingestellt worden, diese Fährverbindung. Als der vor 15 Jahren sozusagen, wie sagt man, öffentlich gemacht wurde, dieser Fahrradweg, gab es diese Fährverbindung noch. Mittlerweile müsstest du ein Flugzeug nehmen. Und das wollten wir nicht. Das hatten wir uns so ganz dick, auch schon beim SAREC hatten wir gesagt, da fahren wir mit dem Zug hin, wir wollen versuchen, möglichst aufs Flugzeug zu verzichten, wenn es irgendwie möglich ist. Das war möglich, um in den SAREC zu kommen und bei der Tour wollten wir das auch. Und ganz abgesehen davon, selbst wenn wir das Versprechen gebrochen hätten, in dem Moment, wo wir Elektrobikes hatten, die darfst du nicht mit ins Flugzeug nehmen, also wäre auch nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber die Idee mit dem Fahrradfahren ist doch genial, dann lass uns gucken, wie wir das irgendwie kombinieren können. Und so kam diese Kombi von Norwegen küstlich zwar hoch, aber dann rüber an die Ostsee. Und dann habe ich gesagt, ist doch cool, dann haben wir sogar noch zwei europäische Meere dabei. Die Ostsee und die Nordsee ist doch noch viel besser, wenn wir das verbinden wollen oder verbinden können. Und so kam die Idee dann zustande. Und gleichzeitig war das dann tatsächlich nochmal ein gutes Dreivierteljahr Vorbereitungszeit, weil wir wollten, wie ich vorhin schon so angedeutet habe, mit dem, wir suchen uns ein Lastenbike aus, wegen der Mobilitätswende, war dann auch der Gedanke, wir suchen uns Klamotten aus, die möglichst, klar, alle Outdoor-Klamotten bestehen irgendwie mindestens zu einem großen Anteil aus Kunststoff, wegen Schweißabsorption und all diesen Geschichten und Techwear. Aber dann versuchen wir wenigstens zu gucken, wer bietet irgendwas an, was aus recycelten Stoffen ist. Und so sind wir dann zum Beispiel, wir jetzt auch jetzt hier, also ich finde es auch okay, dann die Namen von den Leuten zu nennen, wie Triple Two, ein Fahrradklamottenhersteller, der eben mit recycelten Fischernetzen arbeitet, in seinen Klamotten, der, wenn er andere Sachen nimmt, dann nimmt er Bio-Merino-Wolle, dann nimmt er Bio-Baumwolle. Und bei Globetrotter, die uns dann eben mit der grüneren Wahl, wo der Schlafsack dann eben mit einer, zwar einer Daunenfüllung hatte, aber die Daunen waren halt recycelt. Also das heißt, da musste jetzt keine Gans irgendwie ihre Federkleid verlassen, sondern das wurde halt einfach wieder frisch gemacht. Und so hat sich das so durchgezogen durch unsere Ausrüstung. Und das wäre sehr teuer geworden, wenn wir uns das alles selber gekauft hätten. Und deswegen habe ich die ganzen Leute angeschrieben. Und ich musste an. Es war dann tatsächlich relativ einfach, die zu begeistern. Aber es hat halt trotzdem, manchmal antworten die dann halt nicht am nächsten Tag. Manchmal hat VD, ich glaube sechs Wochen, ich dachte schon, die haben gar kein Interesse und dann kam plötzlich ein Anruf, dass sie doch irgendwie ein Interesse an dem Projekt hatten. Und so haben wir uns die Leute zusammengesucht. Wir kennen das sehr gut mit Herstellern, Anfragen. Das dauert, geht mal länger, mal langsamer. Ja, wir wollten auch noch auf allen Ebenen, wir hatten uns dann auch überlegt, wir wollten dann irgendwie unsere Telefone, wir wollten irgendwie ein Fairphone haben, weil wir dann gesagt haben, wenn wir das schon irgendwie filmen oder wenn wir irgendwie unsere Kommunikation mit den sozialen Netzwerken, dann wollen wir dann auch noch mit einem coolen Phon, wo wir sagen, guck mal, das kannst du austauschen. Aber die haben sich überhaupt nicht gemeldet. Das fand ich dann auch spannend. Aber das war so der Gedanke eigentlich. So alles, was irgendwie möglich ist mit diesem Recycling oder mit diesem, die bessere, die grünere Wahl oder wie man das nennen mag. Also was eigentlich heute schon möglich ist. Und das war auch ein bisschen der Gedanke, warum wir uns das Fahrrad von Velolab aus Bremen ausgesucht haben, weil das tatsächlich ein Mini-kleiner Hersteller ist, die ungefähr nur so 250 bis 300 Bikes im Jahr herstellen, aber eben alles wirklich in Bremen machen. Das Einzige, das Aluminium, das kommt aus Griechenland, weil der eine Gründer ist auch in Griechenland, der hat dann gute Connections nach Griechenland, aber ist dann eben auch europäisches Aluminium. Also Stahl wäre noch besser gewesen. Ich weiß, Aluminium braucht ja so viel Energie, um das herzustellen und kann man nicht ganz so gut recyceln wie Stahl, aber gab es leider nicht. Obwohl, mittlerweile weiß ich, ich arbeite ja jetzt in einem Cargobike-Laden und da gibt es ein estländisches Fahrrad, Hagenbikes, kann ich auch sehr empfehlen. Die haben einen Stahlrahmen. Egal. Nein, solche Sachen waren total wichtig. Das Bike von Velolab habe ich auch selber bezahlt. Und so haben wir versucht, so ein Gesamtkonzept zu schmüren. Kannst du dir vorstellen, da musste man noch diese Route irgendwie ausarbeiten. Das war auch nicht ganz so einfach. Haben versucht noch eine... Da hat Markus ein gutes Tool für die nächste Route. Echt? Machen wir später. Und am Ende waren es dann tatsächlich neun bis zehn Monate, die ich wirklich eigentlich nur dafür benutzt habe, Korrespondenzen aufzubauen, hin und her zu schreiben, Videokonferenzen zu schalten, sich nochmal hier was zu überlegen, da was zu überlegen, aufs Fahrrad zu warten. Das hat fünf Monate länger gedauert, als wir gedacht haben. Da haben wir wirklich kurz vor Toreschluss die Fahrräder noch bekommen, weil das war ja alles auch noch ein bisschen Corona-Zeit beeinflusst mit Lieferengpässen. Da wisst ihr natürlich höchstwahrscheinlich auch irgendwie ein Lied von zu singen, wie kompliziert das in den letzten Jahren für euch war, um irgendwelche Modelle zu kriegen oder eure privaten Bikes vielleicht mit irgendwas auszustatten. Und das habe ich auch eigentlich dadurch erst so richtig mitgekriegt, was das auch wirklich innerhalb der Wirtschaft oder innerhalb speziell der Fahrradwirtschaft bedeutet hat und wie krass das war. Und genau, deswegen war das echt eine lange, also hätte ich auch nicht gedacht, muss jetzt selber vor jedem, der irgendwie solche Sachen organisiert oder plant, mit meinem kleinen Hut ziehen, hätte ich vorher dann, also habe ich viel naiver drüber nachgedacht und gar nicht, wie aufregend, anstrengend und umfangreich so eine Geschichte eigentlich dann ist, erst mal, ja. Aber die wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt habt ihr euch das Ganze irgendwie ausgedacht mit Fahrrädern und so weiter und so fort. Bist du denn vorher schon viel Fahrrad gefahren oder anders gefragt, konntest du dir ansatzweise vorstellen im Voraus, was du dir da auflädst, im wahrsten Sinne des Wortes? Also ein Plan ist ja schnell gemacht. Genau, ein Plan ist schnell gemacht. So ein bisschen mit dieser Erfahrung von, jetzt übertreibe ich mal so von 40 Jahren, Outdoor-Touren, ganz früher habe ich mal drei, vier Fahrradtouren gemacht, die alle gescheitert sind im Endeffekt. So mit meinem Kumpel Kiki, also am Ende der Schulzeit sind wir dann vom Ruhrgebiet nach Holland geballert, in einem Tag, was weiß ich, bis nach Bergen ans See, aber dann Mama angerufen, bitte hol uns ab, wir können nicht mehr. Oder dann wollten wir mal irgendwie zum Ferrari-Museum nach Mühlhausen und dann sind wir um Ostern losgefahren mit der beschissensten Ausrüstung, mit meinem Mottebekaner Rennsportrad. Geil. Wo wir irgendwie um Ostern dann auch so in den Ardennen hatten wir da einen Wintereinbruch und mir sind wirklich die Hände auf dem Metall festgefroren, so wie bei Dumm und Dümmer mit der Zunge. Und dann haben wir dann ja mal einen Socken drüber gezogen und nach fünf Tagen waren wir in Luxemburg und in Luxemburg war dann Währungsumstellung und dann konnten wir kein Geld mehr tauschen, weil damals war das ja noch nicht Europäische Union in den 80er Jahren. Und dann hat man dann geweint und ist nach Bitburg und haben wir höchstwahrscheinlich auch noch ein Bitter ein Bit getrunken. Da ist der Zug nicht gefahren, dann saß man da abends die ganze Nacht an diesem Mini-Bahnhof und ist irgendwie alle fünf Minuten aufgestanden und irgendwie von einer Laterne zur anderen gelaufen, damit wir nicht erfrieren. Und dann irgendwann mit dem Zug, wie gesagt, wieder eine Haut. Also es waren immer so wirklich so Scheiter, völlige Scheitertouren. Also super Voraussetzung. Genau. Und dann ganz viel gewandert natürlich und durch das Wandern auch gemerkt, da wandert man sich ja eigentlich auch nie ein, dass es dann schon so innerhalb von so einer Tour kommst du dann zu der Fitness oder kommst du da hin, um das leisten zu können. Das war so ein bisschen das Gottvertrauen auch bei dieser Fahrradgeschichte. Und ich hatte drei längere Aktionen mit dem Fahrrad dann gemacht. Tatsächlich habe ich es von Bremen nach Hamburg natürlich überführt. Und das war an diesem Sturm, ich weiß nicht, was am Wochenende oder dieser Sturmtag, wo dieser Hurricane oder Tornado oder was auch immer über Deutschland gezogen ist. Und ich wollte nämlich eigentlich nur die Hälfte der Strecke mit dem Bike fahren und da wollte ich mir einen Zug setzen und da waren aber alle Bahnhöfe dann irgendwie zu. Und da musste ich fahren und da habe ich auch ein bisschen Schiss gehabt, aber hatte die ganze Zeit Rückenwind. Das war natürlich richtig gut und zwar richtig viel Rückenwind. Und dann war das sozusagen die erste längere Tour und danach habe ich das Bike von Hamburg hier oben an die Ostsee, wo ich gerade auch bin, das sind 180 Kilometer an einem Tag mal geballert, wo ich glaube ich auch morgens losgefahren bin und nachts um 12 Uhr hier angekommen bin, auch noch relativ in der Kälte und da habe ich schon so gemerkt, es ist nicht schön, aber es ist alles machbar, dann wird das auch bei der Tour klappen. Und das war sozusagen die Vorbereitung und die lange Antwort auf die kurze Frage. Also es gab keine echte Vorbereitung in dem Sinne, sondern so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und das wird schon klappen. Ja, das sind immer die besten Sachen. So mache ich das ja normalerweise auch immer. Das ist super. Du bist abgehärtet, hast du gesagt. Du hast viel Quatsch schon gemacht. Trotzdem, als ich das Video so gesehen habe und vor allem die Sachen, das Wetter zum Anfang mit dem Schnee und es regnet tagelang und es ist kalt und ich wüsste, ich würde irgendwie nach einem halben Tag würde ich mir den nächsten Bahnhof suchen und nach Hause fahren, weil ich keinen Bock mehr hätte. Wie hast du dich da motiviert? Du hast immer gute Laune. Ich nehme dir das nicht ab. Also dass du das irgendwie drei Monate lang so problemlos durchstehst. Das muss doch, das zehrt doch an einem, so mental auch. Wie hast du das gemacht, dich da zu motivieren? Also es ist natürlich so, wenn du so lange an so einem Projekt gearbeitet hast und auch für jemanden unterwegs bist, für den es dich sozusagen lohnt und der auf dich auch ein bisschen zählt. Also es war ja dann toll, das habe ich ja vorhin in der Erzählgeschichte, das Wichtigste sozusagen, den Kontakt herzustellen mit One Earth, One Ocean. Das war ja das Allerwichtigste am Projekt, dass wir einen Partner finden, der ein Konzept schon entwickelt hat, weil ich meine, unsere Sache ist eine symbolische Sache und dann gibt es halt den Partner, der das wirklich in der Welt da draußen umsetzt und der halt wirklich diese Müllschiffe bauen lässt und baut und damit eben schon ganz viel dazu beiträgt, dass dieses Müllproblem angegangen wird. Und wenn du weißt, die zählen jetzt auf dich, die glauben auch an das Projekt, dann hast du natürlich auch mehr Ausdauer, auch beschissene Situationen durchzustehen. und deswegen war die Option aufzugeben, zu wirklich, das hört sich immer so machomäßig an oder so großschnauzig, dass man sagt, es gab diese Option aufzugeben, die gab es tatsächlich nicht. Aber um den Elefanten im Raum vielleicht dann auch nochmal zu benennen, wie du schon richtig gesagt hast, du nimmst es einem dann nicht ab, dass man die ganze Zeit gute Laune hat und natürlich, wenn die Kamera angeht, dann hat man gute Laune oder ich bin auch, das kriegt man vielleicht auch mit, bin ja eh, sage ich mal so, jemand, der schon so ein bisschen optimistisch drauf ist oder irgendwie so ein fröhliches Kerlchen ist, nennen wir es mal so, ein rechter Optimist ist, aber natürlich... Hans Guck in die Luft, könnte man das sagen? Ja genau, sag mal Andi, sag mal Andi, du bist doch sonst nicht so ein Hans Guck in die Luft. Und tatsächlich... Du bist doch sonst nicht so ein Hans Guck in die Luft. Sei doch mal ein bisschen realistisch. Genau, realistisch. Und tatsächlich ist der Andi oder der Markus auch realistisch und es gab halt, auf dieser Tour gab es halt, ob es jetzt das Wetter war, die ersten zwei Wochen waren ein Hammer, die haben uns aber auch so ein bisschen eingelullt, da hatten wir schon T-Shirt-Wetter, im April und dann ging es wirklich ab dem ersten Mai sozusagen, ab dem Moment, wo wir in Norwegen waren, ging es dann wirklich mit Kälteeinbruch, mit immer nur knapp um die Null Grad, immer feucht an der Küste, immer viel Regen, immer viel Wind und das zwei Wochen lang, dann noch irgendwie Pleiten, Pech und Pannen mit dem Fahrrad, wo der Ständer sich dann gleich relativ früh verabschiedet hat und das riesige Fahrrad nicht mehr richtig stand und jede Rast war dann irgendwie nervig, weil du musstest gucken, wo kannst du die Karre anstellen, was kannst du machen, damit dir das ganze Gefährt nicht zusammenbricht, umfällt, Speichelbruch, das Fahrzeug, genau, was habe ich zu investieren und manchmal kann man ja auch ein Klastenfahrrad gebrauchen, oder einen kleinen Ausstieg, ich glaube, ich hätte euren Panda gebraucht, von dem bei euch schon so oft nicht stehen, die die Räume haben, und das hat natürlich echt auf die Stimmung gedrückt, dann kam erschwert noch hinzu, das wäre sehr blauäugig, was Social Media betroffen, also ich habe ja gesehen, euer Kanal hat 120.000 Follower, dafür hätte ich mir das rechte Bein in Anführungsstrichen abgeschnitten, wir haben es dann von, von was weiß ich, von null Followern, die wir logischerweise am Anfang für das Projekt hatten, haben wir es glaube ich auch 670 oder 80 und das ist zu wenig, weißt du, das ist auch das Problem, dass wir halt diese 20.000 Euro nicht zusammengekriegt haben, ich glaube meine Mutter hat irgendwie die ganze Verwandtschaft abtelefoniert, weil ihr 58-jähriger Sohn da unterwegs war und hat denen die Pistole auf die Brust gesetzt, mal zu spenden und deswegen sind wir dann noch auf so ein bisschen Geld gekommen, aber das war natürlich alles anders gewünscht, gedacht und wir haben einfach gedacht, ein Schriftsteller und ein Schauspieler sind unterwegs und für ein super Thema, für eine gute Sache, das muss doch explodieren auf Social Media, aber so funktioniert das einfach nicht, das interessiert keinen, Hans Kuck in die Luft, da draußen oder Hans Kuck in die Luft hin und das hat natürlich extrem auf die Stimmung gedrückt und das hat im Endeffekt auch ganz doof dazu geführt, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, weil das wäre nicht fair genug meinem Kollegen da gegenüber, das war dann tatsächlich also zwischenmenschlich einfach dann auch, es gab jetzt keinen Streit, aber es gab halt einfach, mal ganz doof gesagt, so eine Art von Sprachlosigkeit, die sich dann so zwischen zwei Jungs, die sich vorher eigentlich sehr gut verstanden haben, dann ausgebreitet haben und das kannst du in einer gewissen Zeit ertragen oder aushalten oder ich konnte das, aber dann über diese 52 Tage, also nach hinten raus sagen wir mal, am Anfang war es wirklich so ein ganz schrittweises Abnehmen und eine immer größer entstehende Sprachlosigkeit zwischen zwei Freunden, wo man irgendwann so das Gefühl hatte, man, man ist hier unterwegs, man sollte das eigentlich genießen, aber man kann es nicht mehr richtig genießen, man hat unterschiedliche, glaube ich, Sichtweisen auf das Projekt, auf das, was wir hier machen und das ist auch alles verständlich, aus verschiedensten Gründen verständlich, weil Andreas auch noch ein Buch beworben hatte oder bewerben musste, während er da unterwegs war, der ist ja sehr erfolgreich mit seinen Thrillern und ein neues Buch kam raus und das hat aber in meinen Augen auch sehr viel Energie abgezogen von unserem gemeinsamen Projekt und am Ende stand dann so eine Entscheidung, will man das jetzt noch aushalten, nochmal 40 Tage, dass das so weitergeht und dann muss auch, das war ich, also ich habe dann diese Entscheidung getroffen, tatsächlich Andreas dann eines Morgens mitzuteilen, dass ich das irgendwie emotional jetzt nicht mehr wirklich genießen kann, diese Tour und auch keine Power mehr habe, in Anführungsstrichen, wenn ich das Gefühl habe, ich stemme das jetzt irgendwie mehr oder weniger alleine, so ein bisschen diese Spendenaktion, ob es da nicht der bessere Gedanke wäre, dass jeder das Teil alleine für sich zu Ende fährt, das war mal die Idee und Andreas hat dann für sich gesagt, nee, das möchte er nicht, dann möchte er lieber nach Hause und das hat er dann gemacht und dann bin ich so alleine eben die letzten über 42 Tage dann eben alleine noch zu Ende gefahren und das war von der menschlichen und Freundesseite natürlich ein absoluter Obergau, also da muss ich ganz ehrlich auch zugeben, da knabber ich immer noch dran, weil es auch nie eine Aufarbeitung dieser Sache gegeben hat. Also es wurde dann einfach gesagt, das war eine Scheißaktion von dir, Markus und das war es vielleicht auch tatsächlich, aber es kam nie mehr, obwohl ich mir das sehr gewünscht hätte und auch nachgefragt hätte, es kam halt nicht mehr zu einem Gespräch und das ist so ein bisschen, muss man ja vielleicht dann auch, wenn man so begeistert von einem Projekt erzählt und auch wirklich begeistert ist und stolz darauf ist, aber finde ich, das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen verlogen, wenn man diese Seite so komplett ausklammert, dass es da eben auch noch Probleme gab und eben auch eine Enttäuschung, die ich auch ausgelöst habe bei einem sehr guten, lieben Menschen und das halt leider dann auch zu so einer Trennung geführt hat und das ist schade. Ich würde ganz gerne mal auch auf dieses Konstrukt oder generell die Sache Freundschaft und Begegnungen und so eingehen, was mich so bei dem Film auch zusätzlich ganz ziemlich beeindruckt hat, muss ich sagen, ist, wie viele wahnsinnig hilfsbereite Leute und entspannte Leute und du so kennengelernt hast und mir ist so ein bisschen der Gedanke gekommen, ich glaube, es wäre, ganz viele Leute wären entspannter drauf, wenn sie diese Begegnungen machen könnten mit verschiedenen Leuten. Ich meine, wir sind auch oft unterwegs irgendwie und gerade jetzt hier für, in unserer Branche ist man sehr häufig unterwegs, du lernst viele Leute kennen, in anderen Ländern auch und so und das fand ich sehr beeindruckend zu sehen, was für eine Vielfalt an Leuten du kennengelernt hast, hast du da, wie hast du das wahrgenommen oder hat dich so deine Herangehensweise an Menschen verändert durch die Tour, gehst du jetzt offener auf Leute zu, stellst du fest, oder gab es nur freundliche Begegnungen, wie war das für dich so generell, einfach mit anderen Menschen aus anderen Ländern, die vielleicht nicht direkt auch die gleiche Sprache sprechen, mit denen zu interagieren während der Tour? Nee Hannes, da sagst du was total Wahres, dass es in meinen Augen auch total wichtig wäre, für ganz viele Leute mal ihre sogenannte Komfortzone zu verlassen, sich mal in eine Situation zu begeben, wo du wirklich, also du bist in Anführungsstrichen, wenn du so eine lange Tour machst, du bist immer hilfsbedürftig in Anführungsstrichen, ob das jetzt dem Schlafplatz geht, bist du hilfsbedürftig, ob das manchmal auch, einfach weil du durstig bist und irgendwie kein Supermarkt in der Nähe ist, dass du irgendwo dir Wasser holen musst bei Leuten, oder eben wie bei mir auch ganz häufig, der Fall ja auch war, dadurch, dass ich kein ausgebildeter Fahrradmechaniker bin und einfach auch die Hilfe brauchte, ich arbeite aber daran, ein Besserer zu werden, einfach auf Hilfe von außen angewiesen warst, wenn dann was mit dem Fahrrad war. Und das ist wirklich das Schönste, was dir passieren kann im Leben, dass du einfach siehst, dass diese Zwischenmenschlichkeit, dass da immer diese Hilfsbereitschaft, dass das eine grundlegende Sache ist, die gar nicht an eine Nation gebunden ist, sondern das kann dir in Deutschland passieren, wo man ja oft sagt, die Leute sind so stoffelig und irgendwie so spießig und so bla 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 oder so selbstbezogen. Das stimmt aber auch nicht. Auch in Deutschland kann dir das total passieren, dass dir Leute in einer Notsituation unter die Arme greifen, lieb sind, dich da aus so einer Notsituation heraustragen und eben jetzt auf meiner Tour, dass wirklich in jedem Land und ganz speziell auch wahnsinnig liebe Menschen in wirklich Finnland, es hat mich total umgehauen, weil ich so ein Karos-Mäki-Bild von Finnland hatte, dass ich dachte, die sind alle so ein bisschen traurig und so selbstmordgefährdet und so melancholisch und tanzen Tango und trinken Wodka und reden nicht viel und das war komplett das Gegenteil. Die waren so wie Kinder. Die waren total süß, die waren neugierig, die waren mitteilungsbedürftig. Du brauchst immer so zwei, drei Mini-Anläufe, um denen zu zeigen, hier bist du und bist nett und interessiert an ihnen und dann waren die offen wie ein Buch. Das war total klasse. Die waren so süß. Deshalb möchte ich auch unbedingt nochmal nach Finnland, aber auch gerade in den baltischen Staaten, da hatte ich ja auch meine allerheftigste Sache mit dem Gabelbruch. Ja, das wollte ich mich ansprechen. Das war auch krass. War das dann dort, wo dann jemand diesen Transporter, also diesen Anhänger organisiert hatte und dann seid ihr da in so eine Werft gefahren und dort habt ihr dann diese Gabel geschweißt? Genau, den konnte man leihen. Es war ein Sonntag, ich war im Nirgendwo, ich war durch ein wirklich kleines Dorf, es hatte nur einen Supermarkt, nichts anderes, es hatte nur einen kleinen Supermarkt, Mini-Supermarkt, so ein Tante-Emma-Supermarkt. Wo war das nochmal? In Estland? Und dann bin ich da durchgefahren und war dann ungefähr nochmal so drei Kilometer außerhalb dieses Dorfes, hatte dann auch noch völlig behämmert ein Interview mit dem WDR, ja zu einer bestimmten Uhrzeit und kurz bevor ich dieses Interview hatte, knackte das und ich merkte nur, dass es so anfing zu rubbeln. Ich war auf so einer Gravelstraße unterwegs und dachte, das ist kein gutes Geräusch, was ist los, was ist los? Bin abgestiegen, hab vorne geguckt und dann habe ich gesehen, dass die Gabel auf beiden Seiten an der Schweißnatur durch war und dann ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich einen Unfall hatte drei Wochen vorher, vier Wochen vorher oder drei Wochen sowas. In Schweden bin ich so eine Straße bergab gefahren und habe mich wieder nach irgendeiner Mülltonne umgesucht, wo ich meinen Plastik nur irgendwie droppen kann und dann war die Straße so nutdürftig repariert worden und dann hatten die im Endeffekt nur so eine Asphaltwurst da drauf gemacht und ich bin wirklich direkt, die so wirklich so zehn bis 15 Zentimeter hoch war diese Asphaltwurst, um diese Straße zu flicken und ich bin wirklich direkt mit dem Vorderrad da reingeknallt, hab dann irgendwie, weil ich halt zur Seite geguckt habe und nur gedacht, ach du Scheiße, hab mit beiden Bremsen Vollbremsung gemacht, bin vorne über das Ding rüber geflogen, hab so eine Bodi, so eine Stuntrolle gemacht, aber dann totales Glück gehabt, weil ich mich relativ an der Seite befand, wo Rasen war, also das Fahrrad ist zur Seite in den Rasen gekippt, ich bin in den Rasen gefallen, also weich gefallen, mich abgerollt, aufgestanden, geguckt, außer dass ich einen Monster Bluterguss am Oberschenkel hatte, weil ich halt den Lenker halt voller Kanne mit dem Oberschenkel touchiert hatte, war überhaupt nichts passiert, aber ich schätze, durch diesen Impact ist da mindestens so was wie ein Haares auf beiden, und es war eben ganz gerade, deswegen, sonst wäre höchstwahrscheinlich nur eine Seite gebrochen, oder vielleicht da schon was kaputt gegangen, ja und da hat dieser Alexander wirklich, den ich angesprochen hab, und das war original der erste, den ich angesprochen hab, also das war wirklich der erste Mensch, der mich umgeguckt, da war ja niemand, das war Sonntag, es war kaum jemand unterwegs, und dann hab ich ihn angesprochen, und dann hat er in so einer völligen coolen, er war noch russischstämmig, also dann so einen ganz coolen russischen Art, hat er dann gesagt, ja ich gucke mal, und ja, und dann dachte ich immer, passiert jetzt was, und da passiert nix, und dann sagte er, ja, wenn ich Zeit hätte, ich sagte, ja Zeit hab ich jetzt richtig viel, ja, dann würde er mal gucken, was er machen kann, dann hab ich mich irgendwo hingesetzt, mir was zu essen gekocht, und eine Stunde später kam er wieder und hatte diesen Anhänger dabei, und den hatte er wirklich, er ist 15 Kilometer in seine Heimatstadt gefahren, da gab's Hänger, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, zu leihen, also es gibt ja wirklich auch so Automaten, da kannst du deine Kreditkarte reintun, dann kriegst du einen Hänger, den hat er sich da abgeholt, dann kam er mit dem Hänger zu mir, weil da stand ja noch Alexandra oder sowas drauf, da dachte ich schon, oh, sein Name steht da drauf, aber das war ein bisschen anders geschrieben, hab ich hinterher festgestellt, dann haben wir das da drauf, und während der Fahrt hat er dann immer gesagt, er könnte mir das auch schweißen, er hätte zwar nicht so viel Ahnung, aber er macht das schon auch mal, und dann hab ich gesagt, naja, vielleicht wäre ein Profi besser, und dann hat er gesagt, ja, er kennt da jemanden, einen Freund, und dann hat er halt diesen Freund im Hafen angerufen, und hat mich dann abends, original, weil er gesagt hat, wo möchtest du übernachten, und ich so, egal, irgendwo, wo ich darf, kannst du mich zum Campingplatz fahren, oder, ein Campingplatz ist zu teuer, und dann hat er mich da auf so einen Wiesenparkplatz gefahren, da gab es alles, da gab es Strom, da gab es Wasser, da gab es eine Toilette, war aber umsonst, und dann hat er gesagt, so, morgen früh um 8 Uhr komme ich zurück, und dann ist er mit meinem Fahrrad weggefahren, und ich so, ich dachte, der lässt das Fahrrad jetzt bei mir, da war das auf dem Hänger drauf, und er ist einfach weggefahren, ich hatte nur seine Telefonnummer, und dann habe ich auch nur gedacht, okay, ja, dem vertraue ich jetzt einfach mal, dass der ja morgen wiederkommen will, mit meinem Fahrrad, war ein netter Typ, hat sich jetzt ja viel, sozusagen Mühe gegeben für mich, das wird schon funktionieren, und am nächsten Morgen hatten wir 8 Uhr gesagt, und dann ist man doch Deutscher, und so um 10 vor 8 habe ich schon so auf die Hände geguckt, stand schon da, und immer geguckt, kommt da irgendeiner mit einem Hänger, und um 10 nach 8 war er noch nicht da, und dann habe ich echt schon gedacht, oh scheiße ey, was ist jetzt passiert, und um viertel nach war er da, und dann habe ich mich innerlich auch wieder geärgert, dass ich gezweifelt habe an diesem tollen Menschen, ja, und dann ist er mit mir in den Hafen gefahren, und ich wusste, dann habe ich auch, es war auch immer sehr lustig, ich habe dann immer mit Deutschland, mit Japp von Velolab, habe ich immer gesagt, pass mal auf, was ist das für eine Gabel, ist die aus Aluminium, nee, Edelstahl, super, dann können die das ja schweißen, was muss ich jetzt machen, muss ich die irgendwie, hier die Bremse lösen, da ist ja ein Kabel dran, nicht, dass das zu heiß wird, dass das fest, ja, nimm das mal ab, ist sicher, und nimm mal das Kugellager ab, vielleicht ist das auch zu heiß für das Kugellager, und dann irgendwie so, wirklich mit Fernanweisung, das Fahrrad da so halb auseinandergebaut, hingestellt, und dann hat der angefangen zu schweißen, und dann auch gefragt, ist das jetzt hier so gerade, und dann merkt man, dass man sich ja überhaupt nicht vorher das Fahrrad so anguckt, dass man, ist das jetzt wirklich ein ganz gerade gewesen, vorne die Gabel, oder hatte die vielleicht einen leichten Knick, naja, lass es mal gerade zusammenschweißen, und es wird schon funktionieren, und solche Sachen, und es war dann auch alles gut, und es hält ja immer noch, und ich habe auch nicht vor, die Gabel auszutauschen, weil das eine schöne Erinnerung ist, aber eben, das waren auch so totale Glücksmomente dafür, was Leute für dich möglich machen, klar, dem habe ich hinterher 50 Euro gegeben, aber ich meine, er hat sich anderthalb Tage mit mir auseinandergesetzt, ja, also ich meine, was ist das dann schon, für einen Fuffi jemanden zu geben, der sich anderthalb Tage irgendwie für einen Wildfremden engagiert, tausend Sachen möglich macht, dir einen schönen Schlafplatz besorgt, dir noch ein bisschen was über die Stadt erzählt, und er ist auch noch mit mir zum Werkzeug, weil ich dachte, ich müsste hinten was ausbauen, und da fehlte mir ein Teil, dann hat er da die ganze Übersetzung übernommen, haben wir da nicht gekriegt, und dann hat er mir aus seinem Werkzeugkasten echt noch so einen kleinen Aufsatz gegeben, und ich dann auch zu ihm gesagt, ja, aber dann hast du doch keinen mehr, er hat gesagt, ja, ist nicht schlimm, behalt ihn mal, du kannst das auf deiner Tour, also, das war vielleicht auch nur ein Teil, was zwei Euro kostet, aber scheißegal, ich meine, der hat das aus seinem Werkzeugkasten weggegeben, und muss sich irgendwie, das war ja ein schwierig zu kriegen, das Teil, und er muss sich das dann auch irgendwie wieder irgendwo her organisieren, also das gibt einem so wirklich die Hoffnung und den Glauben an die Menschheit, also das ist ein großes Wort, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen so, dass man so den Glauben an das, was Menschen ausmacht, ja, ganz doof, immer nicht das Negative, was natürlich auch nicht zu vergessen ist, was es das gibt, aber eigentlich das One-to-One, das Eins-zu-Eins mit Menschen, da geht es eigentlich immer, es wird ja immer nur kompliziert, wenn Nationen oder große Gruppen aufeinandertreffen und dann meinen, sie müssten jetzt irgendwie zeigen, dass sie mehr wert sind oder besser sind oder schlauert oder dem besseren Fußballverein irgendwie angehören, im Eins-zu-Eins, Ona, Ona, Rot-Weiß-Una, Holz-Wicke, die Schweine, die hasse ich, und ich glaube, dass das auch das echt, neben dieser ganzen Aktion für einen tollen Verein, dass dieses, wieder so viele Möglichkeiten zu haben, auf Menschen zugehen zu müssen, was ich tatsächlich, auch in meinem privaten Leben, da habe ich meine kleine Familie, da habe ich meinen kleinen Freundeskreis, und da ist man gar nicht in der Not sozusagen, dauernd wieder nach draußen zu gehen und zu gucken, wie ticken eigentlich wildfremde Menschen, dann bewegt man sich wirklich nur so in seiner kleinen Bubble, dann ist das eigentlich immer total klasse. Eigentlich sollte man einmal im Jahr, wenn es eine Woche ist oder ein Mikroabenteuer, irgendwas machen, und wo man da wieder darauf angewiesen ist, um wieder mal zu checken, was gibt es da für eine schöne Hilfsbereitschaft da draußen in der Welt. Es ist ja auch eine Überwindung, eben wie du schon sagst, man muss aus seiner Komfortzone raus, man muss sich vorbereiten, man muss irgendwie halt wirklich was machen, das lohnt sich ja nicht, dass du einfach rausgehen musst. Ich stelle es auch mal fest, wenn man halt so große Rennradtouren macht. Ich bin vor ein paar Jahren mal zu Markus gefahren und da habe ich das zumindest im kleinen Spektrum auch mal so ein bisschen mitgekriegt, dass du, ich habe halt immer so, wenn ich Wasser brauchte, dann habe ich halt geguckt, wer wässert irgendwie gerade seinen Garten, wer arbeitet vielleicht irgendwie gerade vorm Haus oder mehr hat den Rasen und ich habe dann immer rübergewogen und gesagt, hey, kann ich zufällig die beiden Wasserflaschen bei Ihnen auffüllen? Ja, nee, klar, ich mache dir das fertig so und dann nahmen die die Wasserflaschen, gingen bei sich in die Küche, füllten das auf, gaben noch irgendwas mit dazu und denkst dir, ey, das ist so krass, dass du einfach, wie du schon sagst, das ist auch in Deutschland, du musst, wenn du freundlich bist und du bist irgendwie cool mit den Leuten und dann verstehen die das irgendwie schon und ich habe das Gefühl, wenn man auf so einer Tour ist oder irgendwas macht, dass die Leute auch schnell feststellen, ob das echt ist von dir oder halt nicht so und wenn du das so vorträgst, wie du halt gerade drauf bist oder so, dann merken die Leute, ob du Hilfe brauchst oder nicht oder wie groß, wie viel Hilfe du gerade brauchst, also ich hatte es auch letztens, da bin ich dann, stand ich im Stockdunkle und habe halt einen Platten am Rennrad repariert und da kam dann auch ein Typ an, der hat gesagt, so nach zehn Minuten oder so, war ich dann so, du brauchst du, brauchst du irgendwie Hilfe oder so und ich kam schon klar, es hat ein bisschen gedauert, der so, also das ist wirklich kein Problem, ich kann es da vorne, habe ich, ich habe Werkzeug und so, habe ich alles da und ich so, ja cool, danke, wenn es nicht klappt, dann gucke ich, ne und wirklich drei Tage später, gleiches Ding, auf einer Gravelrunde, habe ich vorne Platten gehabt, habe im Gravelrad, konnte es auch reparieren, ich habe da so eine Maksalami-Wurst da reingetan, kamen auch zwei Männer, haben gesagt, du, also wenn du Hilfe brauchst, Kompressor und alles, hier da vorne und nannte mir seine Adresse, habe ich gesagt, kannst du echt vorbeikommen, also wir sind in fünf Minuten wieder zu Hause, wir laufen gerade nach Hause, wenn du irgendwas brauchst, ich habe alles da, also komm einfach rum, also ungefragt, wirklich komm halt an, sagst du brauchst Hilfe und es ist schon so, also ich stelle es auch immer mehr fest, dass es so ist. Und helfen gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, mal ganz doof, also ein doofes Beispiel, gestern meine Tochter hat mich wieder angerufen, meine 14-Jährige hier an der Ostsee und Papa, ich muss irgendwie noch was abgeben für die Schule und erst mal habe ich total allergisch reagiert, weil ich mir gedacht habe, ich mache mir doch jetzt nicht wieder die A-Walt für mein Kind. und dann habe ich gesagt, also du musst jetzt nämlich mich schon mal ein bisschen vorarbeiten, hat sie vorarbeitet und dann habe ich mich drangesetzt, ganz doof und erst so ein bisschen widerwillig und dann machst du das aber und am Ende fühlst du dich total gut, weil du merkst, du hast dir geholfen und hast was Schönes jetzt gemacht und das ist jetzt vielleicht ein albernes Beispiel, weil als Papa sollte man das ja eh machen, aber trotzdem ist es dann so, dass man merkt, wenn man irgendjemandem hilft, gut, das war meine Tochter, dann gibt das ein gutes Gefühl und ich glaube, das steckt total in uns drin und das Gute ist, was du auch gerade sagst, wenn du es auch noch als Wanderer oder als Fahrradfahrer machst, die Leute sehen, du machst etwas, was ein Effort ist, die sehen, das ist jetzt keiner, der da so rumgommelt und jetzt ein Schnorrer ist oder irgendwie so, sondern du machst was Tolles und dann freuen die sich, wenn die sozusagen dir dabei bei deiner Arbeit oder dass das ein Erfolg wird, dass du ankommst irgendwo, dass sie dir dabei behilflich sein können und das ist, glaube ich, deshalb ist jeder, der wirklich in der Natur unterwegs ist oder der so eine Tour macht, der kann eigentlich, wenn er sich nicht ganz falsch und ganz dumm anstellt und ganz unverschämt ist, der kann eigentlich immer damit rechnen, dass er ganz, ganz viele tolle Sachen erlebt und ganz viele tolle Sachen zurückbekommt, also da zehrst du auch von, das ist echt das Coole an der Sache, ja. Wie haben denn die Leute so auf dich reagiert, wenn du erzählt hast, dass du gerade eine 7000 Kilometer Fahrradtour machst? Also, das ist lustig, da waren gar nicht so viele, glaube ich, so von irgendwie, ich hatte dann auch auf diese Plastikaktion dann natürlich, weil man immer noch so ein bisschen gedacht hat, wenn ich das jetzt jedem nochmal erzähle, warum wir hier unterwegs sind, dass wir Plastikmüll sammeln, das war verrückterweise gar nicht so etwas, wo man jetzt so Punkte mit sammeln konnte oder so gedacht hat, boah, jetzt denken die aber, du bist ein toller Kerl oder irgendwie, herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Aktion. Hast du dich aber geärgert? Oder haben die eher gedacht, Mensch, das ist doch, das ist doch der Action-Ending. Den vorbeigen ist der Film, glaube ich, nicht ganz so. Der hat doch den Eierhahn mit der Elf einfach umgewämmst. Aber in Dänen, also in Dänen mag ich... In Medusenkopper, die Dänen, genau, die Dänen, die können mich ja ähnlich leiden, weil ich den Wagen ja festgestellt habe, dass da vorne der Knirrling total verbogen ist, oder was ich da gesagt habe. Ach, da wurde doch dran rumgeschweißt. Mit den Zähnen, da muss man vorsichtig sein. Besonders wenn sie... Guter Hund, guter Hund. Genau, guter Hund, genau. Oh Mann, das war echt auch ein herrlicher Tag, ey. Ich war ja eh, ich hatte ja nur eine Wolfsrömer gehabt, ich lag ja nur unter dem Wagen. Ne, das war echt auch herrlich, 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 herrlich. Auf dem Rummel. Ne, das, aber, aber das Schöne ist, dass das auch dann gar nicht so wichtig ist, sondern, dass es dann tatsächlich eher wichtig ist, dass du hier mit dem Fahrrad unterwegs bist und dass die Leute dir so oder so irgendwie helfen wollen, ohne dass du halt mit drei Monaten und irgendwie, guck mal hier, so viel Müll habe ich bisher gesammelt, irgendwie punkten kannst. das war tatsächlich eher selten der Fall. Es war eher total schön, weil das kannte ich ja auch nicht, dass ich so nach und nach auch so eine Fahrrad-Community, dass ich dann, je mehr Sommer wurde, je mehr waren auch so Radreisende unterwegs und das, dann grüßte man sich natürlich und ab und zu hat sich das auch mal, ich habe auch ein ganz süßes, da habe ich im Film selber gar nicht mehr drin leider, aber am Ende ein Foto von denen, ich hatte dann auch so ein Pärchen, was unterwegs war mit einem Anhänger, wo ich von hinten die dann überholte und erst so dachte, haha, die sind ja mit dem Anhänger unterwegs, wie lustig und dann sah ich, dass sie ihr Baby da drin hatten, Albi, acht Monate alt und dann habe ich mich total nett von Fahrrad zu Fahrrad mit der Isabel oder Yvonne, das ist manchmal gescheuert, Namen kann ich mir nicht so gut merken, unterhalten und das war so eine klasse Frau und dann haben wir irgendwann gesagt, wollen wir zusammen, irgendwie Rast machen und dann haben wir wirklich zwei Stunden, haben wir uns hingesetzt, was gegessen, Kaffee getrunken, sehr netter Mann auch dabei, der Henrik und ja, und das war dann so beeindruckend, dass die einfach gesagt haben, ja, wir machen immer Autotouren und jetzt haben wir das Baby, jetzt haben wir gesagt, warum denn nicht, nehmen wir uns doch mal im Hänger mit und das krabbelte dann unten rum, stieß es dauernd den Kopf an der Bank, aber ja, da hat sich dreimal den Kopf gestoßen, dann hat sie gemerkt, da ist was und hast das Baby woanders hingekrabbelt, also es geht alles und das fand ich auch total faszinierend und ja genau, also diese Community, diese Fahrradfahrer, dass das ein schönes Gefühl war, so vom fahrenden Volk sozusagen, war man dann irgendwie verbunden mit den anderen Leuten, vom fahrenden Volk und das hat mir auch total viel Spaß gemacht und das würde ich auch total gerne nochmal erleben, weil das kannte ich in der Form ja auch noch gar nicht, weil ich ja nie als, also lange als Fahrradfahrer unterwegs gewesen bin. Das glaube ich, das ist, das ist eh immer, man erkennt sich irgendwie als Fahrradfahrer, nicht nur, weil man auf dem Fahrrad ist, sondern man verhält sich ja irgendwie gegenüber Fahrradfahrern nochmal irgendwie ein bisschen, weiß ich, verschworen, da klingt vielleicht ein bisschen zu hoch, aber man merkt so, okay, da ist noch so ein Radreisender, erkennt man irgendwie schon und da weiß man, okay, der hat auch seine, seine Struggles schon auf der Tour gehabt wahrscheinlich und so. Ja und auch so ein positives Nerdytum, ich habe dann auch so Leute erlebt, die dann eben mit dem Gravelbike unterwegs waren und die mir dann erzählt haben, dass es ja auch solche Sachen gibt, dass man guckt, wie viele Kilometer schaffe ich an einem Tag, wo ich natürlich völlig entfernt von war mit meinem Monsterbike, aber das dann auch total spannend fand, dass es da eben wirklich so Touren gibt, dass man guckt, dass man über 300 Kilometer, 400 Kilometer an einem Tag irgendwie unterwegs ist, irgendwie 200 Kilometer in die Richtung fährt und dann umdreht und wieder zurückfährt und was es da eben dann auch wieder zu entdecken gibt und Fahrrad ist ja auch ein faszinierendes, also ich habe mich ja jetzt nicht umsonst vorhin den Spruch gemacht mit eurem Scott oder so, ich habe mir auch das YouTube-Video von euch angeschaut, wo ihr wirklich, dass ich nur mal so eine visuell auch mal im Netz, wo die, ich glaube, das hast du gemacht Moritz, du hast alle Fahrräder noch mal vorgestellt mit Fotos und das fand ich... Ja, genau, alle waren es nicht ganz, aber einige. Ja, und das fand ich aber auch wieder so faszinierend, weil, ich meine, das ist ja schon eine extrem advanced technology, die da drin steckt, aber trotzdem ist es immer noch eine Technik, die man viel eher als die Technik, die in einem Auto steckt, nachvollziehen kann und dass es da jedes Jahr trotzdem Innovationen gibt und wozu der Mensch fähig ist, was er sich wieder ausdenkt und wie faszinierend das eben ist und was man mit den Fahrrädern anstellen kann, da wisst ihr natürlich viel mehr als ich auf der Downhill-Ebene oder Cross-Country oder wie das alles heißt, ja, aber das finde ich auch, ohne, dass ich da jetzt irgendwie Teil von dieser Form des Fahrradfahrens bin, aber die Faszination kann ich total nachvollziehen und ich finde eben auch, jeder gefahrene Kilometer mit einem Fahrrad, wo man die Leute weg vom Auto kriegen kann und faszinieren kann für diese Form der Fortbewegung, die natürlich auch ein Sport ist oder ein Fun ist oder ein Lifestyle irgendwo auch ist, aber im Endeffekt, so wie ihr das wisst, wahrscheinlich auch alle ausübt und auch viele Leute aus eurer Community, ist das ja Bestandteil, also ihr trainiert ja auch, ihr habt ja auch in eurem Podcast gesagt, dass du, Markus, warst 7.000 Kilometer in dem einen Jahr unterwegs gewesen. Nein, Hannes war das, ich habe es letztes Jahr nicht ganz geschafft. Wahnsinn, also wo ich dann auch so gedacht habe, Mensch, der ist so viel, ich habe das natürlich komprimiert in drei Monaten, weil ich musste, aber wenn ich das jetzt über ein ganzes Jahr mir vornehmen würde, also ich meine, jetzt fahre ich ja zu meiner Arbeitsstelle irgendwie drei Kilometer hin und drei Kilometer zurück, da schaffe ich dann jeden Tag sechs Kilometer, aber kann man ja schnell ausrechnen, dass ich da nicht auf 7.000 Kilometer im Jahr komme. Das finde ich dann schon auch toll. Das finde ich auch faszinierend, dass das, ja. Aber es gibt halt so ein paar Motivationssachen, die hatten wir ja auch schon öfter mal angesprochen. Ich weiß nicht, so Squadrides zum Beispiel, wo man den Umfang maximal vergrößert von seiner Stadt, dass man, alles ist aufgeteilt in Quadrate. Wie groß sind die, Markus? Ja, so 180 Meter Kantenlänge. Also du nimmst einfach eine Karte und teilst die, wie so in der Schule, das Mathematikpapier, so in kleine Kästchen auf, denkst du dir über die Karte und dann ist einfach die Aufgabe, jedes Kästchen einmal irgendwie mit dem Fahrrad abzufahren, einmal drüber zu fahren. Und so kannst du denn eine Karte aus, also kannst du ja so eine Fläche ausfüllen und versuchst halt so viel wie möglich Fläche irgendwie abzufahren. Und da entdeckst du halt krasse Sachen in deiner unmittelbaren Umgebung, die du noch nie vorher gesehen hast, wo du dich sonst niemals hinverlieren würdest und auch vielleicht Dinge, wo du sagst, Mensch, da kommt man so regulär gar nicht so leicht hin. Ich müsste mir mal irgendwas überlegen, wie komme ich jetzt an dieses Gelände ein bisschen dichter ran. Ja, also da kann man halt auch zu Hause tolle Sachen entdecken auf jeden Fall. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Großteil der Motivation, die ich teilweise aktuell daraus ziehe, indem ich einfach, ja, dieses Quadrat halt immer weiter vergrößere und eben nicht immer so die gleiche Route fahre, sondern eben auch aus der Komfortzone, raus. Bei mir ist zum Beispiel, je bergiger es wird, so Richtung Osten, desto weniger ist mein Quadrat in diese Richtung gefüllt. Das heißt, weil es einfach unangenehm ist, natürlich irgendwie die ganze Zeit steile Sachen hochzufahren. Du bist wie ein Gebirge, richtig? Das ist so auch, das kann auch... Du bist Gerdmord, Herford, die Ecke bist du, oder was? Genau, ja. Das kenne ich ein bisschen, weil ich meinen Herford... Wie ein Gebirge, Teutoburger Wald. sehr schön, sehr schön. Das ist wirklich landschaftlich, waldtechnisch irgendwie eine schöne Gegend, ja. Absolut. Gut. Super. Ich würde ganz gern noch drauf zu sprechen kommen, auf die... Nochmal auf das Material, du hast das gerade schon ein bisschen angesprochen, auf einer anderen Art und Weise. Die ist ja relativ viel kaputt gegangen, so auf der Tour. War das... Oder was heißt nicht... Wahrscheinlich in dieser Stunde kommt das sehr komprimiert natürlich vor. Das sind wahrscheinlich die Highlights, in Anführungsstrichen, die kaputt gegangen sind. Wirft dich das... Oder hat dich das dann wirklich irgendwie auch aus der Bahn geworfen? Hast du gesagt, ja, ich werde das schon irgendwie repariert kriegen, dass hier jetzt schon wieder die Speiche rausfliegt? Also ich habe das Gefühl, gerade dieses Hinterrad, das war ja schon so ein immer wiederkehrendes Thema, was dich wahrscheinlich auch irgendwann ziemlich genervt hat, oder? Ja, das hat mich total... Also das hat mich tatsächlich... Boah. Wenn ich darüber wegzahre, nur so kurz wieder dran denke, da muss ich schon wieder so atmen. Weil das war tatsächlich... Also das wäre jetzt einfach gelogen, wenn ich so sage, ey, mit meinem unerschütterlichen Optimismus habe ich das einfach weggeschoben. Das hat mich tatsächlich teilweise auf der Tour wahnsinnig gebeutelt. Also weil es ist ja nicht nur die gebrochene Speiche, es war dann, was weiß ich auch, dass dann ein Ei hinten logischerweise im Rad drin war, weil es ja auch so schwer belastet war mit den Packtaschen und mit mir. Das ist dann... Und da war wahnsinnig wenig... Bei einem relativ breites Rad, also das hat dann immer geschliffen. Ja? Und dann habe ich natürlich mir Sorgen gemacht, dass ich den Reifen mehr kaputt mache. Und es ist auch eine Geräuschgeschichte, dass natürlich immer fährst, und eigentlich wird es jetzt genießen, und dann hörst du halt immer dieses Schleifgeräusch, und dann nervt dich das. Dann kannst du dich wieder nicht auf einfach nur hier den Wald und auf die schöne Fahrt und auf alles irgendwie so einlassen und loslassen. Das ist ja eigentlich das, was jeder kennt, so diesen... Der Wunsch nach Flow, der Wunsch nach einfach Gedanken schweifen zu lassen. Und ich war immer so mit Dingen dann beschäftigt, die einfach unmittelbar halt mit dem Fahrrad und mit dem hoffentlich schaffe ich es bis zur nächsten Stadt zu tun hatte. Und das hat wahnsinnig viel Energie gekostet. Und mich, wie ja eh ein kleines Stressmäuschen, dann so echt angestrengt und genervt. Und auf verrückter Weise merkt man dann trotzdem, dass man so eine Resilienz hat, dass man es immer wieder ging. Und das ist ja auch immer, was wir vorhin gesagt haben, immer jemand, immer ein Engelchen da ist, der einem wieder hilft. Aber es war halt ständig. Es war im Endeffekt ab Woche zwei war irgendwas mit dem Bike und es war immer Problemlösung. Was kann man jetzt noch machen? Jetzt ist die Kette, jetzt ist Schweiche, jetzt ist Schleift, jetzt ist Gabel, jetzt ist Ständer, jetzt ist wieder Ständer, jetzt ist aber wieder nochmal Ständer, weil er sich schon wieder verbogen hat. Und das hat echt genervt. Aber das ist auch so gemein, weil, wie gesagt, der Jab von Velolab, der ist mittlerweile auch echt ein Freund geworden, weil ich so viel mit ihm telefonieren musste. Und Andreas' Bike hatte eine einzige Sache und zwar war der Freilauf, hat mal doofe Geräusche gemacht. Und dann waren wir in Trondheim beim Zickel-Service, haben den ausgebaut, da hat er uns Schab schon einen neuen Freilauf zugeschickt und dann haben sie festgestellt, ha, Neodrive hatte den gar nicht geölt, als sie den eingebaut haben, als sie den Motor eingebaut haben. Da war kein Schmierstoff, kein Öl. Der war einfach nicht geschmiert, der war einfach trocken. Und deswegen hat er KKKKK gemacht. Der war aber nicht kaputt. Das gleiche Teil konntest du wieder einbauen. Der hatte keinen Speichenbruch. Der hatte, muss man auch sagen, einen anders konstruierten Ständer. Ich hatte noch das Vorserienmodell. Das war natürlich ein dummer Zufall. Das war das Problem, dass wir überhaupt noch Fahrräder kriegen. Da habe ich ein Fahrrad gekriegt, was tatsächlich schon ausgeliefert war von einem Kunden. Das war dann zu groß für den. Er hat die kleinere Version dann haben wollen. dieses Fahrrad mit den guten Magura-Bremsen habe ich dann, Doppelkolben-Magura-Bremsen habe ich dann zurückbekommen, aber da war halt dieser alte Ständer dran und da hat sich keiner den Kopf gemacht, dass der vielleicht für so eine Tour halt einfach da nicht geeignet ist und deshalb es war dann wie immer auch ein bisschen Pech dabei und das hat schon moralisch mich schon sehr gestresst und da wäre ich bei der nächsten Tour wäre ich schon froh ich habe es jetzt ja ein bisschen umbauen lassen, die haben jetzt vorne nochmal einen normalen Licht-Dynamo da einbauen lassen, weil ich ja kein Strom mehr, also ich musste ja ein Dynamo haben, damit ich Licht habe und ich wollte mal eigentlich hinten einen Rohlauf einbauen lassen, damit ich überhaupt keine Probleme mehr mit der Schaltung habe das ging jetzt aber nicht so schnell, jetzt habe ich noch meine alte Schaltung, aber habe einen neuen Ständer, also die neue Konstruktion drunter geschweißt gekriegt, das war nämlich mein Glück weil mein Fahrrad war ja nicht lackiert und deswegen konnte man nachträglich jetzt nochmal schweißen haha, also ein Tipp für Leute kauft euch Fahrräder, die keinen Lack haben dann kann man hinterher noch dran schweißen und ich bin der festen Meinung weil die letzten 1500 Kilometer und da habe ich das Fahrrad auch angenommen, da gab es auch eine Menge Schlaglöcher auf dem Green Velo in Polen und durch Litauen und um Kaliningrad herum es war nur Gravel, es war auch irgendwie zum Teil anspruchsvolles Gelände nicht eine Speiche kaputt gegangen alles super deshalb, also da war auch ein bisschen Pech kann man auch mal haben und dann hat man einmal Pech im Stiefel und dann zieht sich das halt leider über diese drei Monate hat sich das irgendwie so ein bisschen bei mir durchgezogen kann auch mal passieren wobei man ja auch man muss ja auch zur Verteidigung dazu sagen klar, du bist das Rad nur drei Monate lang gefahren und dafür sind die Defekte natürlich jetzt schon recht viel andererseits bist du auch jeden Tag bei Wind und Wetter gefahren auf teilweise nicht so super gepflegten Strecken oder Wegen und du bist jetzt auch über 7000 Kilometer gefahren ich denke nicht, dass du es alle 100 Kilometer irgendwie zum Fachhändler deines Vertrauens gebracht hast um mal so ein Komplett-Service machen zu lassen und so, also von daher war das schon so ein Extremtest innerhalb sehr kurzer Zeit und dann ist es auch nachvollziehbar dass da mal was kaputt geht auch wenn natürlich so eine Gabel trotzdem nicht einfach brechen sollte das sollte nicht recht abenteuerlich ja, aber da denke ich tatsächlich dass, was ich vorhin sagte in Schweden dieser Knall gegen die Wurst die da auf der Straße lag auf jeden Fall dazu beigetragen hat dass da dass das da zu diesem Gabelbruch gekommen ist gab es denn sonst irgendwelche also neben Gabelbruch also ich habe mich an die Hunde noch erinnert da warst du zum Beispiel mal nicht ganz so gut gelaunt stopp, 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 stopp und das war noch die jungsfreie Version so viel Fax habe ich in meinem Leben glaube ich hintereinander weil auch von Angriff zu Angriff also da wurde ich auch so aggressiv auch nicht nur den Hunden gegenüber weil ich einfach gedacht habe Mann warum lasst ihr denn hier eure Tore offen wenn ihr solche Hunde habt gleich umhauen wenn er dem Löt kommt gleich umhauen genau weil ich dann auch gedacht habe das kann doch nie wahr sein hier kommen doch nochmal an also vielleicht kommt da auch nie ein Fahrradfahrer vorbei das weiß ich nicht aber ich habe echt gedacht wie unverschämt da die Tore immer offen zu lassen wenn ihr solche Tüllen habt die sich auf alle Leute aber ich hatte tatsächlich die Warnung von Andreas von Globetrotter der hatte mir vorher mal erzählt dass wirklich dass als wir eben von der Grundtour mal erzählt hatten dass wir noch durch Russland wollten hat er gesagt oh Russland wilde Hunde das kann gefährlich werden da müsst ihr einen Stock dabei haben und verrückterweise war er nirgendwo aber um Kaliningrad also Enklave Russland ich keine Ahnung ob die irgendwie ein Problem mit ihren Hunden haben oder die falsch erziehen oder ich habe keine Ahnung ob das eine energetische Geschichte im Moment ist haha nein aber das war wirklich schockierend das war ein einziger Tag und an diesem einzigen Tag wirklich fünfmal und immer vier, fünf von diesen die waren auch nicht riesig aber vier, fünf so ein Rudel von so wirklich super aggressiven Kläffern die so kurz davor waren die dauernd irgendwie unten ins Bein zu beißen und da hatte ich also eine Panikattacke nach der nächsten und da kriegst du Adrenalin das kenne ich auch so das ist krass und da kriegst du auch noch echt Power weil es war so eine hügelige Landschaft und da war ich auch schon ohne Motor unterwegs und dann hast du wirklich gedacht ich war auch schon so Kilometer um 100 rum also ich war schon recht kaputt und du hast gedacht jetzt einfach nur noch ganz gemütlich das nach Hause fahren und dann hast du dauernd noch Sprints machen müssen und es ging aber immer wieder also es wäre höchstwahrscheinlich sogar noch fünfmal länger gegangen aber nicht schön nicht schön krass noch mal eine Frage zu dem Material immer abseits vom Fahrrad du hattest sieht man ja auch im Video hattest auch einen Quadcopter dabei du hast ein Telefon dabei gehabt eine GoPro hattest du dabei okay was hast du noch so alles an elektronischen Gadgets am Start gehabt und hast du die auch immer mit geklautem Strom aufgeladen oder habe ich das richtig gesehen dass du so eine Art Solarzelle irgendwie dabei hattest ich war mir nicht sicher ob ich es richtig erkannt hatte die Solarzelle das war diese tolle Idee gewesen ich hatte mir dann auch über so ein nettes so ein nettes deutsches Unternehmen Sonnenrepublik die hatten mir habe ich auch gekauft mir so eine große Solarzelle die habe ich mir genau vorne ich hatte ja so einen Deckel vorne auf dem auf der auf der Ladefläche über der Ladefläche sozusagen nochmal ein Deckel weil die Idee war unten die große Ortliebtasche mit den ganzen Klamotten oben ein Deckel wenn Plastikmüll gesammelt Plastikmüll auf diesen Deckel damit man den schön demonstrieren zeigen kann filmen kann fotografieren kann guck mal wie viel Plastikmüll wir haben und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Plastikmüll weg und dann hast du diese riesige Fläche und damit lädst du wie du sagst dein ganzes elektronisches Equipment in der Natur weil wir ja immer wild campen wollten von Tag 1 hat das Scheißding nicht funktioniert weil es hat einfach nur der Stecker der Stecker hat in der Powerbank nicht richtig den musste ich ja wetterdicht einpacken und das heißt das hatte ich so einen kleinen wasserdichten Packsack da habe ich das Ding reingesteckt dann verbunden zugemacht das hat sich nach 5 Minuten immer los vibriert das steckte und ich wollte das dann nicht mit Kleber festkleben und es hat im Endeffekt ich habe es dann ab und zu mal daneben belegt irgendwie wenn noch Sonne war aber am Anfang war ja noch gar nicht so viel Sonne deswegen es hat nie funktioniert und es war einfach es sah schön aus alle haben ja das war auch eines der Sachen alle immer gesagt lädst du dein Fahrrad mit dem da nein das funktioniert ja klar während des Pferdes das Pferd mit Solar während des Pferdes das hat leider überhaupt nicht funktioniert und wir haben tatsächlich immer auf den Campingplätzen unser und wir hatten so viel Zeugs dabei also Andreas natürlich auch nochmal zig Kameras Powerbanks eben jeder hatte zwei Handys eins zum Navigieren eins zum Filmen wir waren ja auch sehr nett von Gravis unterstützt gewesen die haben uns ein iPad Pro zur Verfügung gestellt mussten wir hinterher alles wieder zurückgeben was auch total cool war weil das ja auch so der Gedanke war es wird refurbished wird dann wieder kommt wieder in den Verkauf was wir dabei hatten da hatte ich dann ein sehr hochqualitativ hochwertiges iPhone dabei mit drei Objektiven eben dieses dieses gute Power iPad damit ich eben auch zwischendurch schneiden kann oder Dinge machen kann damit oder schreiben kann und da war es wie zu viel also da kann ich auch nur sagen weniger ist mehr ja nimm eine Kamera mit und was weiß ich irgendwie so was zum Leuchten noch auf dem Köpfchen das da auch aufladen kannst und fertig ja und eine GoPro und dann macht er ein kleines Filmchen das reicht auch und meinen Quadcop den ich dabei hatte den habe ich auch wirklich in jedem Land nur einmal fliegen lassen weil das ja auch immer ein mega Aufwand war das Ding raus holen aufbauen Handy rein in Finnland ist mir das auch einmal weggeflogen dass ich das gar nicht mehr hatte weil ich nämlich lustigerweise ja zwei Telefone hatte und dann hat meine Frau in dem Moment angerufen und ich habe dann gesagt nee Schatz geht nicht und dann hat sie gesagt doch Schatz geht jetzt weil ich bin auf dem Amt ich brauche einen Pass für meine Tochter muss ich jetzt und wenn ich jetzt hier weggehe dann ist der Termin gefallen du musst jetzt sofort was unterschreiben das kannst du hier digital machen und dann war ich so völlig überfordert und dann ist das Ding weggeflogen und dann habe ich irgendwie auf Holt gestellt dann habe ich diese das war völlig absurd und dann habe ich wirklich tatsächlich da irgendwie in der Wildnis die Unterschrift und diese Formulare ausgefüllt und irgendwann kam meinen Kopf da wieder zurück oder gesagt ich bin zu alt für diesen Scheiße das ist zu viel Markus mach weniger weniger ist mehr ja und klar es ist dann toll am Ende wenn du dann wirklich vor hast ein Filmchen zu machen dass du da noch ein paar Drohnenaufnahmen mit reinpacken kannst weil die natürlich immer noch mal von der Landschaft mehr erzählen oder wenn du dich auch mal verfolgen lassen kannst gerade wenn du alleine unterwegs bist hast du ja sonst gar nicht die Möglichkeit dass du mal um Fahrrad zu sehen bist außer du baust immer dein Stativ auf fährst das berühmte fährst vorbei dann drehst du wieder um nimmst das so oft wie es geht in Anführungsstrichen also da auch noch mal Respekt vor jedem der so 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 ein Projekt macht und dann sich immer dabei auch noch filmt und diese Sachen noch macht und sich die Zeit auch noch dafür nimmt und dann auch noch also ich würde mal so sagen ich habe so Semi-Aufnahmen gemacht und dann auch noch man sieht ja manchmal im Netz Sachen wo man nur denkt hallo ey und der war ganz alleine unterwegs Wahnsinn was er da gezaubert hat also das ist schon auch Respekt vor den Leuten die sich so viel Mühe geben ja ich habe noch noch eine Frage nochmal ganz grundsätzlich zu diesem Projekt also du bist ja ich mach mal einmal unterwegs gewesen und hast warte mal weil das hier so dunkel ist warte mal so hier an der Oste ich bin ja im Norden des Landes da wird das ja noch viel schneller dunkel als bei euch warte mal so ein Film nicht voller Seite so sehr schön ja genau also nochmal generell zu dieser Müllgeschichte also bist du dann irgendwann hast du das komplett im Unterbewusstsein schon so gehabt dass du a auf Müllsuche immer so ein bisschen gegangen bist währenddessen und b hast du eigentlich schon auch immer gedacht okay wo finde ich jetzt hier Müllcontainer also hast du dann schon so pro Land wusstest du denn schon irgendwann Müllcontainer sehen so aus oder hast du dir dann so diese Sammelplätze irgendwie zusammengeklickt oder so oder hast du einfach gesagt ja wird schon wenn voll ist werde ich schon irgendwo welche finden genau was du gerade gesagt hast dass man dann irgendwann auch merkt es kommen immer irgendwo welche dann muss man manchmal tatsächlich das fast den ganzen Tag mit sich rumschleppen wenn man schon am Vormittag was weiß ich einen großen Fund gemacht hat und das war tatsächlich so wirklich nachdem also manchmal bist du an irgendeinem Rastplatz vorbeigefahren und da hast du gesehen ein Trucker hat irgendwie zwei Mülltüten mit Plastikmüll direkt da irgendwie liegen lassen dann hast du natürlich gesagt komm nimmst du jetzt mit dann musst du nicht selber suchen und das Scheißzeug muss ja auch aus der Natur raus dann hattest du halt schon deinen Fund für den Tag an manchen Tagen war es aber dann tatsächlich so dass das dann was ja auch mal schön ist dass halt ganz wenig entlang der Straße lag und man dann wirklich abends noch kurz vorm Schlafengehen nochmal einmal gecheckt hat wie sieht die Umgebung aus am idealsten das war ja eigentlich die Vorstellung weil wir wollten ja auf die Meeresverschmutzung aufmerksam machen war es dann halt wirklich wenn du an der Küste warst wirklich mal den Strand hattest oder sogar mal wirklich am Strand oder in der Nähe des Strandes übernachtet hast dass du dann eben entweder abends oder meistens morgens bevor du losgefahren bist nochmal einen Spaziergang entlang des Meeres gemacht hast und da findest du tatsächlich immer relativ schnell relativ viel also innerhalb von 20 Minuten hast du dann deine hatte ja so ein groß maschiges Netz dabei war das Ding dann auch voll und dann hast du eigentlich schon relativ schnell wieder geguckt wo du hier so eine Müllstation findest und wenn du neu in dem Land warst klar dann war das immer neu also war das immer wie ist das Prinzip jetzt hier aber nach ein, zwei Tagen hast du sofort weißt du dann so sehen die Müllcontainer aus und genau da vorne wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Städtchen wird mindestens irgendwo ein Recycling also kleines es gibt ja diese großen Recycling Center wo du wirklich alles hinbringen kannst aber diese kleinen wie bei uns im Endeffekt ist das Prinzip ja total ähnlich dass du dann Glas Umverpackungen und Papier halt entsorgen kannst in Schweden ist es noch ein bisschen aufwendiger die haben noch mehr ich habe sogar letztens gelesen dass die ich glaube die haben da wo ich war in der Zeit also im letzten Jahr waren es glaube ich sechs oder sieben verschiedene Container jetzt wollen sie mittlerweile zehn haben um das noch irgendwie also um das noch mehr vorzusortieren was ja in den anderen Ländern einfach dann später gemacht wird dass die Sachen nochmal auseinandergenommen werden ich musste mich letztens nochmal dran denken und zwar wir hatten witzigerweise letztes Jahr hatten wir mal ein Interview mit einem Biker der an der YouTube-Serie 7 vs. Wild teilgenommen hat ein Mountainbiker und das lief jetzt dieses Jahr auch wieder ich hatte auch mal wieder reingeschaltet wie ist denn der Nette wie ist das war das der der ohne jede Sachen übernachtet hat der sich da irgendwie ja genau Fabio Schäfer das ist der coolste von den ganzen Jungs gewesen sind wir mal ganz herrlich ja das war wirklich verrückt also mit dem hatten wir ein Interview geführt letztes Jahr und das war dieses Jahr auch so und die haben relativ unbewusst glaube ich auch auf das Müllproblem der Meere hingewiesen denn es gab dieses Jahr war Panama Edition also letztes Jahr haben sie es aufgenommen und die sind auf so einer relativ einsamen Insel sehr remote in der Nähe von Panama drauf und die sind dann alle an Strandabständen ausgesetzt worden und es lag wirklich tonnenweise Müll an jedem Strand es sieht von außen aus paradiesisch wirklich wunderschön Urwald Kokosnüsse Palmen und so weiter und die kommen dahin und die haben gesagt Alter also die waren wirklich fassungslos sie sind jeder in ihren Strand krass es liegt ja überall im Wald überall Müll also so hoch wie die Flut dann ging bis dahin wurde halt dieser Müll gedrückt und die hatten innerhalb die mussten gar keine Ausrüstungsgegenstände wirklich mitnehmen weil die haben sich ihr Bett gebaut aus Schaumstoff der da lag die hatten sofort zehn paar Flipflops die sie anziehen konnten hatten jede Menge Schnur hatten Bette aus Betten aus Fischernetzen sich gebaut und so wurde wirklich verrückt also das fand ich auch nochmal krass da auch nochmal zu sehen wie sie wie diese Serie die glaube ich gar nicht darauf hinaus wollte aber unbewusst im Prinzip auch nochmal oder halbwegs unbewusst auf diese Müllproblematik auch nochmal gerade an den Meeren oder an den Stränden aufmerksam gemacht hat das war echt schockierend zu sehen also ich kann mir das im Groben dann vorstellen wie das halt dann bei dir da teilweise dann auch aussah das ist dann höchstwahrscheinlich tatsächlich noch mal halb so wild also so extrem wie du es gerade schilderst war es tatsächlich tatsächlich nirgendwo würde ich jetzt mal behaupten wo ich jetzt unterwegs war also es war immer grundsätzlich Müll da aber natürlich jetzt nicht in solchen Mengen von denen du gerade und das weiß ich natürlich auch aus Bildern aus dem Netz oder sowas oder ich lustigerweise auch auch schon in den 80er Jahren war ich mal in Australien kurz nach dem Zivildienst und da war ich auch so auf so einer ganz einsamen Insel relativ nah zur Küste Ostküste von Australien und da weiß ich auch noch dass ich an so einem super einsamen Strand war und da war nur Strandgut gut da kam halt auch nie jemand hin zum Aufräumen aber da war auch so viel Strandgut damals schon da gewesen und auch schon logischerweise Plastik ich möchte nicht wissen wie das da heute aussieht ja aber das war auch schon da war ich damals auch schockiert dass ich gesagt habe boah bis hier eben nirgendwo und dann so viel Zivilisationsmüll leider dann doch zu finden ja aber muss ich mir dann auch nochmal tatsächlich die ersten habe ich mir komplett durch angeguckt ich war dann irgendwann doch gehuckt bei Seven vs. Wild und dann muss ich mir das ja auf jeden Fall mal das ist ja super spannend dass du gerade sagst dass dann auch die Plastikmüllproblematik da zu sehen ist ja also die haben den die haben den krass verwertet dort generell auch so ich würde denken ich habe gerade mal auf den Timer geguckt wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit heute krass das sind ja schon anderthalb Stunden habe ich gar nicht krass ja so jetzt noch mal ein paar Fragen zum Bang Boom Bang ja damit es sich auch gelohnt hat für euch ja ich überlege gerade wir sind haben wir noch spezielle Fragen ich glaube ich bin grob mit meinen Fragen durch ich ich auch ich hatte auch soweit Moritz du hattest ja noch ein paar ja also ich hatte ein paar Fragen aufgeschrieben wobei das jetzt eigentlich überwiegend beantwortet wurde was was mich noch jetzt interessieren würde was aber auch Potenzial hat nochmal ausufern zu werden also wir haben uns ja jetzt viel über deine Tour über deine Erfahrungen und so weiter unterhalten wie du das Radfahren dadurch neu kennengelernt hast die Community und so weiter aber wie hat sich jetzt seitdem du wieder zu Hause bist deine deine Einstellung gegenüber dem Radfahren verändert also war das jetzt für dich eine einmalige Aktion hast du dann erst mal Lastenrad und Fahrrad und Rennrad und alles mögliche in die Ecke gestellt und gesagt nee also jetzt die nächsten Jahre setze ich mich nie wieder aufs Fahrrad ich fahre nie wieder aufs Fahrrad ja hast eben auch erwähnt dass du inzwischen in einem Lastenrad Shop arbeitest also was was hat diese ganze Aktion das ganze Radfahren mit deiner Einstellung zum zum Fahrrad jetzt auch verändert und wie froh warst du als du dann wieder in einem als du zu Hause warst dann ein etwas normaleres Leben führen konntest also am am Ende der Tour war ich extrem froh das sieht man im Film ja auch nochmal ganz kurz da hatte ich ja wirklich einen extremen Zusammenbruch ich hab das auch sehr verkürzt im Film weil das wäre nicht ertragbar gewesen wenn man das länger noch ausführlicher gezeigt hätte ich hab glaube ich schon irgendwie 10 Minuten bevor ich bei meiner Frau war hab ich irgendwie angefangen zu heulen und hab mich überhaupt nicht mehr eingekriegt als ich dann merkte das war eine Sekunde im Film aber das war sehr beeindruckend das war wirklich in dem Moment wo ich da an der Eizte angekommen bin und da rumgefahren bin und dann so dann siehst du so alles was du kennst wo du immer rumjogst du weißt hier bist du mit deinen Kindern gewesen hier ist die Schule von deinem Kind die Grundschule gewesen hier ist der Kindergarten gewesen und dann kam ich da um die Ecke und ey ich konnte immer atmen also es war wirklich da merkt man auch so was der Kopf auch so macht in dem Moment wenn du unterwegs bist schiebst du alles so weg weil du auch dir sagst aus Selbstschutz kannst du jetzt eh nichts dran ändern jetzt bist du weg jetzt bist du unterwegs und natürlich machst du es ja auch weil du Bock drauf hast genieß es Junge also nimm alles mit und nimm das Alleinsein mit und nimm das und jenes mit aber in dem Moment wo ich dann wieder so wirklich in der Heimatstadt war und dann irgendwie wusste da vorne ist meine liebe Familie und meine Frau die ja auch irgendwie eine tolle Lady ist weil sie mir diese Sache ja auch erlaubt hat das ist ja auch nicht so selbstverständlich ich könnte mir auch vorstellen dass viele Partner dann so sagen sag mal bist du behämmert drei Monate weg das läuft doch auch nicht alleine meine Frau ist ja auch berufstätig und wir haben ein Kind im schulpflichtigen Alter in einer schwierigen Zeit in der Pubertät und macht dir mal einen Spaß hier oder was und die hatten dir das halt alles erlaubt und dann kommt wird dir das alles so bewusst und die hatten mir natürlich auch klar wir haben ja zwischendurch das ist ja auch wahnsinnig toll dass man heutzutage indem man halt sein Handy dabei hat oder dass man WhatsApp oder Signal hat kann man sich jeden Tag eine Nachricht hinterlassen man weiß immer dem anderen geht's gut man ist immer upgedatet aber trotzdem ist es halt nochmal was anderes wenn man weiß gleich sehe ich denjenigen und gleich bin ich wieder da und gleich bin ich wieder bei meiner lieben Frau und das hat mich so echt gebeutelt ey und dann habe ich auch gemerkt dass dieser ganze Stress der mir schon bewusst war dass das ja auch oft Stress war worüber wir vorhin schon sehr ausgiebig gesprochen haben ich glaube das ist so kulminiert in diesem Moment des Ankommens und dann ist einem so wirklich nochmal so bewusst geworden was da auch alles passiert ist und was du da alles durchgestanden und durchgemacht hast und die Highlights und die Lowlights einfach und da war ich dann schon extrem happy am nächsten Tag bin ich aber nochmal Fahrrad gefahren weil das war ja Hamburg und dann habe ich das Fahrrad an die Ostsee gebracht bin bis Kiel mit dem Zug gefahren und dann nochmal die letzten 70 Kilometer die habe ich so genossen ich hatte kein Gepäck dabei das leere Fahrrad ich war 12 Kilo leichter ich hatte so dünne Ärmchen dicke Beine meine 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 naja gut ein Fixpack habe ich jetzt nicht wirklich ein echtes aber auf jeden Fall kein Stück Fett mehr da unten obwohl ich jeden Tag drei Gummitüten mit Gummitieren gegessen habe es war das schönste Gefühl so leicht zu sein und Süßigkeiten ohne Ende essen zu können das war eigentlich der Moment von daher hätte ich jetzt nochmal jeden Tag eine kleine Tour machen müssen aber dann war der Sommer dann hat man sich hier oben einfach faul irgendwie im Garten gelegt und ist mal joggen gegangen aber ich habe jetzt keine großen Fahrradtouren mehr gemacht außer dass ich mal mit dem Lastenrad zum Einkaufen gefahren bin und jetzt eigentlich durch den Job und das ist ja lustig ich habe dann tatsächlich nachdem ich diese ganzen Sachen wie ich hätte mir vorgenommen halt ein Videotagebuch zu schneiden ich hatte mir vorgenommen diesen Film zu schneiden und das hat so zwei, zweieinhalb knapp drei Monate alles in allem gedauert das ist man auch verrückt wie lange dann solche Sachen auch dauern bis man alles gesichtet hat tausend Versionen er war auch mal zwei Stunden lang der Film dann ist er jetzt ja nur noch eine Stunde, acht Minuten das reicht auch in meinen Augen komplett aus und dieses und jenes und dann habe ich tatsächlich überlegt ja Junge, so viel drehen tust du ja gerade nicht was machst du denn jetzt mal und das Verrückte ist also Geld ist auch ein Thema aber was ja wirklich wichtig ist das wisst ihr Struktur im Leben ist wichtig und das Schöne ist ja wenn man dann Struktur reinbringt mit etwas, was einem doch ein bisschen Spaß macht ich meine, ihr habt den Traumjob in meinen Augen muss ich jetzt echt sagen, nicht um zu schleimen aber ich meine, ihr habt das wofür ihr begeistert seid ihr dürft testen ihr kriegt die neuesten Modelle ihr könnt höchstwahrscheinlich zu irgendwelchen Messen fahren ihr könnt natürlich aber auch irgendwelche Vergleichstests in der Natur machen also ich beneide euch auch ein bisschen also ich finde, das ist ein Traumjob den ihr drei da habt ich habe auch mir eure Seite in meinem Netz angeguckt ist ja irre ich meine, ihr habt ja auch noch Rennrad ist ja auch noch dabei und alles und Gravel ich meine, Traum und ich habe mir gesagt was, welche Expertise hast du denn jetzt Markus und ich habe ja tatsächlich eine gewisse Lastenbike also sehr neu herangeschaffte Expertise aber mich fasziniert das Lastenbike wirklich sehr mich fasziniert die Mobilitätswende sehr ich finde, ein Fahrrad hatten wir vorhin ja auch schon im Groben und im Ganzen drüber gesprochen ist auch auf der Ebene dass du kein Blech um dich rum hast es ist ein viel zwischenmenschlicheres Fortbewegungsmittel du siehst gleich, wie einer drauf ist du kannst dich sofort entschuldigen wenn was scheiße gelaufen ist du bist da nicht in einer Kiste und pöbelst nicht rum du hupst nicht du nimmst nicht so viel Platz weg Autos sind nicht das Schlimmste auf der Welt aber es ist schon besser mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und dann habe ich mir so gesagt komm, probier das doch mal aus bewirb dich doch mal in einem Fahrradladen das könnte Spaß machen und das hat dann verrückterweise gleich geklappt und jetzt seit Oktober sag ich schon das wäre schön seit Dezember bin ich sozusagen frisch dabei jetzt zum knappen Monat Expertise auch im Verkauf und das Buchungssystem ist das Schlimmste kann ich euch sagen als alter Mann das ist sehr fuchsig da gibt es so viele Sachen noch zu lernen aber an sich wir haben zehn verschiedene Modelle da und wir kriegen auch noch neue rein und auch coole Modelle also das fasziniert mich total und macht mir Spaß und das gibt mir das Gefühl da in der richtigen Branche gelandet zu sein und das habe ich leider dadurch dass ich ja auch vier bis fünf Mal die Woche arbeite tatsächlich nicht mehr so viel Zeit wie ich vorher als Freiberufler hatte aber das ist auch ok und trotzdem habe ich da im Hinterkopf noch so ein paar Gedanken dass man sich irgendwann mal vielleicht wieder ein bisschen mehr Freiraum schafft und auch mal wieder eine längere Tour machen kann und sonst muss das Mikroabenteuer oder eben auch mal eine Woche also man kann ja mit dem Fahrrad wenn man fit ist kann man ja in der Woche auch schon einiges an Kilometern machen und tolle Sachen machen also das möchte ich doch total irgendwie beibehalten und ich glaube tatsächlich dass das Fahrrad mindestens den gleichen Stellenwert wie das Wandern bei mir einnehmen wird und ich könnte mir sogar vorstellen noch einen größeren also dass ich tatsächlich eher jetzt weil ja bewandert bin ich ja mein ganzes Leben und das ist auch einfach zu bewerkstelligen aber ich könnte mir vorstellen auch durch diese Erfahrung von der langen Tour dass ich jetzt auch mehr Selbstvertrauen habe mir irgendwie andere Touren und eben zu sagen komm jetzt fahr doch mal deine Eltern in Essen mit dem Fahrrad besuchen Junge und das ist auch eine coole Aktion mach doch mal wie du auch sagst so muss nicht immer gleich ein fremdes Land sein sondern die Umgebung ist auch spannend oder guck dir Hamburg nochmal das Alster Tal an und fahr da mal alle kleinen Wege ab und guck dir das mal an wenn das Wetter wieder ein bisschen besser ist also das kann ich mir alles vorstellen ja habe ich alles beantwortet oder habe ich was vergessen ja nee auf jeden Fall also freut mich auch total jetzt zu hören dass du dass du eben so viel Positives aus der aus der ganzen Reise aus der Erfahrung rausziehen konntest sowohl persönlich als auch jetzt was die Branche angeht was du über unsere Jobs gesagt hast und so also es ist einfach schön zu hören Können wir mal einen Podcast mit euch machen würde mich nämlich auch mal interessieren wie ihr zu nein das ist ja echt spannend aber das weiß ich nicht dass vielleicht man vielleicht könnt ihr ja irgendwann mal einen Podcast machen wo einer von euch den anderen mal interviewt aber was habt ihr das auch schon mal gemacht ich weiß es nicht aber sowas finde ich ja immer spannend wie man so eigentlich da das ist ja glaube ich für viele Leute gerade aus eurer Community die das ja mit das Spannendste finden und glaube ich euren Job auch wirklich um euch euch um euren Job beneiden dann ist das vielleicht auch mal spannend zu hören wie ihr dazu gekommen seid sozusagen dahin zu kommen wo ihr jetzt gerade steht könnte ich mir auf jeden Fall sehr spannend vorstellen auch mal so eine Folge bei euch mal bei eurem Podcast anzuhören haben wir glaube ich also ganz an so in den ersten 10, 20 Folgen sind wir auf sowas glaube ich mal so grob wie wir zum Biken gekommen sind müssen wir noch mal raussuchen aber wir haben schon mal darüber gesprochen meine ich ganz am Anfang aber das muss man auch sagen das ist jetzt auch schon 4 Jahre her 5 Jahre oder so naja da waren wir noch Kinder genau haben wir noch Fragen für die Tour für die große Tour oder sind wir durch soweit ich glaube wir sind fast durch fast alles abgehakt ne und das was nicht abgehakt das war doch also ich kann nur mal noch mal raus in die Welt nur noch mal pusten mit One Earth One Ocean dass die Website von denen auch wirklich gut gemacht ist also wenn sich einer wirklich für die interessiert was die so anstellen wo die unterwegs sind auch so ein bisschen Hintergrundinformation über wie viel Müll Plastikmüll in den Meeren schwimmt was dazu kommt dass man einfach mal so einen Eindruck kriegt wie krass es auch einfach ist ja ich glaube es gibt mittlerweile 150 Millionen Tonnen das kann man sich ja gar nicht vorstellen an Müll der in den Meeren schwimmt viele wissen ja auch von diesen großen Strudeln die es ja gibt und dieser Great Pacific Garbage Patch wo es ja auch schon von so einem Holländer Ocean Cleanup heißt der glaube ich große Tätigkeiten gibt da irgendwie also da wieder den Müll rauszukriegen mit zwei riesigen Schiffen und so einem Netz was dann aufgespannt wird zwischen den Schiffen um da reinzufahren um das rauszukriegen per Strömung aber hier was so von der deutschen Seite ist wirklich One Earth One Ocean glaube ich so der Verein der sich da am stärksten engagiert und der wirklich auch die größten Erfolge ja die haben immerhin auch schon eine kleine Flotte ich glaube die haben elf kleine Schiffe und drei größere und was ich vorhin gesagt hatte arbeiten an dem ganz großen Schiff und falls mal einer Bock hat von den Hörern da mal drauf zu gehen auf www.oneearthoneocean.com oder .de dann kann man sich da informieren und vielleicht hat man ja auch mal Bock mal einen Zehner oder einen Zwanni oder sowas zu spenden das muss ich natürlich nochmal sagen also weil ich ja hier genau auch an die Jungs und Mädchen die da beschäftigt und tätig sind einfach glaube und ich ja nur einen symbolischen Akt da gemacht habe mit meiner Plastiksammelaktion aber die ja den echten den echten Job in den ich glaube die sind auch in elf Ländern mittlerweile schon tätig also das ist schon ganz schön klasse was die machen ja wir packen auf jeden Fall gerne den Link in die Shownotes ja unten drunter und ja mega Projekt auf jeden Fall also muss ich auch nochmal sagen dazu kann man denn eigentlich noch also wenn man jetzt spendet kann man denn für dein Projekt noch spenden oder ist es abgeschlossen oder geht man einfach direkt bei One Earth One Ocean und spendet dort ne das coole ist wenn man auf die BBC Seite geht auf die Big Biking Cleanup Seite wo ich auch nochmal nochmal einen Dank an meinen Freund Thorsten Schietkowski der auch durch das Projekt zu einem Freund geworden ist auch ein Essener die Essener halten zusammen der der Webdesigner ist und der so nett war damals das war auch so eine Aktion jemanden zu finden der uns eine Webseite bastelt weil das einfach wichtig war auf einer Webseite kannst du dann eben auch einen Spenden Button hinterlassen das geht über Instagram nicht so einfach und auch wenn man auf die Seite geht auf die Big Biking Cleanup Seite also die steht einfach noch im Netz die erzählt auch noch ein bisschen was über das Projekt für die absoluten Nerds die können dann auch nochmal so die Tagestouren sich angucken alles was wir über Komoot sozusagen festgehalten haben jede Tagesetappe ist da nochmal zu sehen oder wenn jemand einfach Bock hat auf wie ist der denn gefahren ich möchte auch mal eine Tour machen die ungefähr da entlang geht kann man sich da auch nochmal tourtechnisch irgendwie ganz gut informieren und da gibt es eben auch noch den Spenden Button und Weihnachten hat tatsächlich meine Frau arbeitet in einer Model Agentur muss ich jetzt mal kurz einfach mal nur so loswerden hat ein sehr nettes Best-Ager Model das heißt eine Dame die schon über 40 ist die hat echt nochmal 400 Euro gespendet und das war dann in der Zeit wo gar nichts passiert ist plötzlich kriegte ich dann eine Mail und eine Benachrichtigung nochmal jemand hat 400 Euro gespendet und dann hatte die noch so einen süßen kleinen Text dazu geschrieben das wollte ich jetzt nochmal so hinterherwerfen dass es also immer noch möglich ist und da habe ich mich natürlich sehr sehr gefreut und danke dass du auch nochmal fragst Markus weil das wäre natürlich total cool wenn irgendein Hörer oder eine Hörerin nochmal Lust hat zu sagen ach das scheint doch ein ganz cooles Projekt gewesen zu sein da kann ich doch gerne auch nochmal ein paar Euro irgendwie ich werfe gerade was ein für den See oh Mann für den Seehampf da raushauen kleinigkeit das ist super das wird sofort morgen abgedatet genau ich bin gerade ich muss mich gerade bei Paypal einloggen aber es geht los hier ich will den Seehampf in Aktionen auf jeden Fall bestätigen das ist mal du bist mit gutem Einsatz voran das finde ich klasse das ist doch super live in einem Podcast da hat sich das doch schon 30 mal gelohnt hier da bei euch bei gewinnen zu sein ja ja nee guck mal wir haben ja zu Weihnachten auch immer so eine Spendenaktion die wir mit World Bicycle Relief zusammen machen wo es darum geht Fahrräder für Afrika das Bacelo richtig alles klar was Bescheid fand ich auch super du hast mir auch genau angeguckt das Fahrrad nochmal super Gepäckträger ein bisschen dicker ein bisschen breiter ja also so oldschooliges Fahrrad aber habe ich gesagt genau das Richtige höchstwahrscheinlich ich meine da wird nicht unbedingt super geil das Bike jeder also das ist wahrscheinlich auch einfacher fahren zu lernen oder ist das so es gibt ja auch einen ganz ganz tollen Fahrradreisefilm irgendwo in Afrika heißt der irgendwo oder nirgendwo irgendwo in Afrika von Anseln wie heißt der und da sieht man halt auch ganz viel wie er halt logischerweise in Afrika unterwegs ist und auch was die Afrikaner möglich machen woraus die alles noch was basteln können wie die Dinge reparieren und das ist so faszinierend und ich denke auch so ein Bike wie das Buffalo das wird da 100 Jahre im Einsatz sein also das wird einfach nicht kaputt zu machen sein das kann man immer wieder reparieren das ist total genial ja ja absolut ich hatte das letztes Jahr im Herbst das erste Mal live gesehen bin drauf gefahren ich fand es mega geil leider gibt es die hier nicht zu kaufen ich hätte so ein Ding sonst schon rumzustehen hier für im Ort rumzufahren und einkaufen zu fahren super geil was für unseren Cargo-Bike-Laden vielleicht ja ich werde ich demnächst oder vielleicht sogar noch dieses Jahr auch ein Lastenrad anschaffen auf jeden Fall äh dann spreche mich aber nochmal ansprechen bitte ja ich melde mich ähm genau ne sehr sehr cool ich habe kurz was eingeworfen und genau ich denke mal von unseren Hörerinnen und Hörern ist vielleicht auch die eine oder andere Person motiviert da mal ein paar Euro abzuladen ähm ich finde es eine finde es eine gute Sache sehr schön ähm sag mal äh wir hatten sich am Ende den Taunus und wir hatten sich am Ende den Benz eigentlich unter den Nagel gerissen gibt es die Autos noch weißt du das also den Taunus weiß ich tatsächlich Christian Becker hat den äh unser Produzent der hatte den ja und ich glaube tatsächlich der hat den immer noch in irgendeiner Garage stehen weil das finde ich auch sehr schön dass äh Christian auch einfach ein totaler Fan von diesem Film geblieben ist das gibt es ja manchmal auch dass ein Produzent ähm was macht und dann weil er ja so also der hat ja auch sehr sehr viel Erfolg mit seiner Filmfirma mit Red Pack auch äh gehabt oder immer noch äh auch Riesendinger wie Ruibu und Vicky und was weiß ich wo die dann hinterher überall dran beteiligt waren also an so richtigen mega äh Blockbustern aber das ist für ihn weil er auch mit Peter befreundet ist und weil die beide auf der Filmhochschule in in München ja auch zusammen waren also der eine in der Regie Kategorie der andere bei den Produzenten äh haben die glaube ich auch da so einen Special Bond die beiden und äh ja er organisiert ja auch immer die Jubiläumsveranstaltungen in Bochum gibt es ja immer so alle wenn man einen runden Geburtstag hat also fünf fünf Jahre zehn Jahre 15 20 jetzt 25 in zwei Jahren höchstwahrscheinlich werden wir uns auch wiedersehen in Bochum äh und das ist jedes Mal ein Knaller also ist muss ich auch sagen also das ist auch ein Geschenk hat man ja auch Glück bei so einem Projekt dabei zu sein das ist ja nicht weil man es sich verdient hat oder sowas sondern weil man einfach am zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und bei bei den richtigen Leuten einfach geste Stand mal ganz doof und dass einem sowas in so einer äh ich hab ja eine relativ normale Schauspiel Fernsehkarriere also jetzt nichts außergewöhnliches sonst so gemacht ohne das jetzt kleinreden zu wollen oder sowas aber da ist natürlich äh so ein Projekt was halt nach so einer langen Zeit immer noch Thema ist das ist halt so das Verrückte das kennt man ja selber als ich komme ja als Filmfan zur Schauspielerei also ich war eigentlich immer vorher Fan ich war jetzt gar nicht so der Kunst Interessierte oder sowas sondern eher weil ich wirklich auch so diesen Kultgedanken so verinnerlicht hatte ob das jetzt die Blues Brothers in meiner Zeit waren oder die Monty Pythons oder äh sich rumgetragen hat oder sich auch mal wie bei den Blues Brothers verkleidet hat mit einem schwarzen Hut und einem schwarzen Anzug und einer Sonnenbrille und dass es das eben plötzlich bei einem Film gibt wo man selber dabei war dass die Leute sich so klein ein T-Shirt selber bauen in kleinen Safe basteln ihr Auto so lackieren äh und dass man selber ich meine es ist auch nicht so das jetzt nicht falsch zu verstehen dass ich jetzt jeden dritten Abend allein zu Hause sitze und mir Bang Boom Bang angucke ich gucke die tatsächlich immer an wenn wir so ein Jubiläum haben und sonst gucke ich das also ich liebe diesen Film aber es ist nicht so dass ich den mir einmal im Jahr angucke oder sowas ähm aber dann sitze ich auch da im Kino und denke verdammte Socke der ist ja immer noch gut das ist einfach ein geiler Film und natürlich bin ich ein Fan von was Ralle macht und was Olli macht oder selbst auch wenn ich will nichts Falsches sagen aber was äh Tomczyk macht der jetzt ja irgendwie schon eine eigene Persönlichkeit hat auf jeden Fall ähm also ich bin auch Fan von den Figuren von Christian Kahrmann äh von Krebs natürlich äh Gott hab ihn selig äh von Dieter Krebs der lustigerweise in der gleichen Straße in Essen gewohnt hat wie meine Mutter es gab nämlich eine Drogerie Schüler also meine Mutter ist äh geborene Schüler und daneben war äh das Schreibwarengeschäft Krebs das war die Mutter von Dieter Krebs das war sozusagen der erste Schauspieler wo als ich Kind war wo mir bewusst war ach die gibt's da draußen irgendwo die Nachbarin von unserer Drogerie die hat ja einen Sohn der hier ganz erfolgreich mit Alfred Tetzlar zusammen im Fernsehen zu sehen ist und solche Sachen ja genau und deswegen Wahnsinn und Martin Semmelrogge ist jetzt im Dschungelcamp in ein paar Tagen eigentlich müsste man es sich deswegen nochmal angucken mal gucken was er da was am Plan dran ist ich bin da was am Plan dran hier genau ja also genau das war auch so ein Held meiner Kindheit ich weiß nicht ob ihr den ob ihr noch lineares Fernsehen kennt da gab es die Vorstadt Krokodile bevor sie nochmal im Kino von Redback verfilmt wurden gab es so einen ganz alten was war das ARD Film und den Bösewicht den bösen Jugendlichen der da die anderen Kinder drangsaliert hat das war Martin Semmelrogge und am Ende hat ihn der eine Junge mit Pfeilung den Bogen in den Oberschenkel geschossen und da standen wir da alle vom Fernsehen und haben gesagt ja die dumme Sau hast du verdient dir und deshalb war Martin Semmelrogge natürlich auch ein Held meiner Kindheit und das ist natürlich immer toll wenn man mit den Leuten die und Ralle Richter war natürlich ein Ruhrpott hält auch schon immer gewesen vorher ja wenn man mit solchen Leuten dann zusammenarbeiten darf das ist dann schon schon klasse und wenn dann auch noch ein spezieller Film dabei rauskommt dann war schon cool wusstet ihr oder wusstest du damals schon dass der Film dass der so geil wird also ich glaube es ist mal schwer vorauszusehen und wahrscheinlich noch schwerer vorauszusehen dass nach 25 Jahren die Leute immer noch komplett abdrehen wenn sie wenn sie nur den Namen Bang Boom Bang hören aber war war das schon irgendwie ein Bewusstsein dass das was Besonderes wird also der Film als solches war was Besonderes für mich weil ich hatte glaube ich zwei kleinere Rollen in Kinoprojekten gemacht und das war dann schon toll weil Peter mich auch persönlich ausgesucht hatte Peter ist ja so ein ganz persönlicher Typ der dann gar nicht so über die Caster groß geht sondern eigentlich so viel selber gemacht der hatte ganz klare Vorstellungen wen er da haben will war auch mal kein Geheimnis war ja mal anders gedacht war eigentlich mal Ingo Naujoks war ja mal Keg gedacht weil das ja auch ein Ruhrpott Schauspieler ist der hatte dann aber ein Serienangebot wo er fest drin saß ging nicht dann hat er Co-Genial muss man einfach sagen Olli hat das genial gemacht den Keg also jetzt kann ich mir auch gar keinen anderen Keg mehr vorstellen und deshalb kam das dann auch alles so gut zusammen und natürlich hatte man total Bock drauf und man hatte es war Ruhrgebiet ich komme aus dem Ruhrgebiet die ganze Art und Weise der Typen die kannte man auch logischerweise wenn man so ein bisschen aus diesem Ruhrgebietskosmos kommt aber das war trotzdem so die Vorstellung war dann tatsächlich eher so man macht jetzt was und dann wird das hoffentlich ein Erfolg und das Verrückte war ja dass es jetzt rein in der Erstauswertung kein Flop war aber mit einer halben Million war es eben auch kein Megaerfolg oder sowas und dann war das eher so ein Gefühl wie war klasse aber war jetzt auch wieder und dann merkte man so plötzlich also wenn ich auf irgendwas auch angesprochen wurde war das halt plötzlich immer dieser Film und dann merktest du plötzlich irgendwas passiert damit gerade ob ich jetzt in Berlin bin oder ob ich in Hamburg bin oder ob ich in Bayern noch irgendwie rumlatsche irgendwie scheint dieser Film Impact zu haben besonders bei jungen Männern also lustigerweise auch immer bei Studenten ja wo man so sagt das ist ja auch so eine ganz eigene Welt die wir dargestellt haben schon eigentlich eine sehr proletarische Welt und dann dieses Gangstermilieu aber ich würde das fast behaupten dass es also dass Peter der einzig echte Tarantino mäßige deutsche Regisseur irgendwie ist und gleichzeitig wieder auch speziell auch wieder eigen ja also nicht wie eins zu eins wie Tarantino oder so aber der eben detailverliebt ist der den Leuten aufs Maul schaut der gute Dialoge schreiben kann der eben auch so dieses auch dieses kriminellen Milieu ohne dass Peter da irgendwie herkommt der Vater ist ja sogar Polizist also deshalb kommt er vielleicht ja der war ja auch zu sehen genau der war auch zu sehen und Peter hat aber so eine Affinität auch so ein bisschen für die schrägen Figuren und für schräge Situationen und eben auch für Gangster tja und das ist irgendwie alles ja das konnte er umsetzen und ich bin auch noch super gespannt was jetzt alles noch Peter hatte ja eine Zeit lang auch klar unter Trilogie er hat auch übrigens für den Seehamster gespendet danke Peter und jetzt hatte er ja auf Netflix teuer Zuhörer bei uns auf Netflix hatte er ja mit diesem Vampirfilm den er 15 Jahre fast geplant hat also ist ja auch so irre wie was für ein Durchhaltevermögen man bei manchen Projekten haben muss bis die dann realisiert werden dieses Blood Red Sky ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt der ist echt gut also als Genrefilm und jetzt kommt ja sowas wie Inglourious Bastards es kommt tatsächlich ein Nazi-Western in Anführungsstrichen der was letztlich weiß ich weiß der wird noch der wird irgendeiner Kategorie auf der Berlinale gezeigt und dann läuft er aber auf Netflix und da bin ich auch noch mal super gespannt also dass Peter da auf jeden Fall auch noch ein paar Asse im Ärmel hat und ich bin mal gespannt was er da noch so alles zaubert in den nächsten Jahren aber wo du es gerade drauf ansprichst diesen Detailverliebtheit das ist tatsächlich das was mich glaube ich immer noch catcht an dem Film weil du und da kam dann mit der HD oder mit der UHD Variante kam dann noch mehr dazu die Blu-Ray war das dann genau und der Blu-Ray kam noch mehr dazu du entdeckst immer mehr also weil die die Handlung ist ja ist ja egal also die kennen wir alle irgendwie und du achtest ja nicht auf den Film mehr an sich was passiert weiß ja eh alles aber also und ein paar Dialoge sind manchmal ich habe zum Beispiel ganz spät verstanden nur als Beispiel da sind sie gerade im Knast und Cake hat die Kippen mitgebracht und ja pass auf und dann stehst du da holst mich ab in Pumps so und dann sagt er ja ist das nicht ein bisschen gefährlich und dann sagt er ja stimmt zieh mal die flache Schuhe an und den habe ich super spät verstanden habe mich dann kaputt gelacht obwohl ich den schon zehnmal gefunden habe weil ich den überhaupt nicht verstanden hatte aber es sind immer so diese Sachen oder was im Hintergrund rumliegt oder so und du merkst einfach dass nichts Zufall ist also jede Szene ist genauso ausstaffiert also gefühlt so sind überall Easter Eggs die du halt immer findest und siehst und es liegt nicht einfach irgendwie sowas rum sondern es ist überall halt einfach was zu entdecken und deswegen da gehe ich tatsächlich also ich gucke den auch nicht einmal die Woche aber so jedes Jahr alle anderthalb Jahre mal so gucken ich den denke ich mal wenn ich mal wieder Bock drauf habe und man entdeckt jedes Mal wieder was und das ist irgendwie schön und als zweites noch um das anzufügen er wirkt nicht gespielt als wäre er im Ruhrpott also es wirkt nicht so wir versuchen mal eine Ruhrpott-Szenerie zu erstellen sondern es wirkt einfach extrem nah dran es wirkt wirkt ehrlich so und das mag ich halt auch dass nicht versucht wurde irgendwie so eine Szenerie von außen herzustellen sondern du hast dir die Leute geschnappt es wird dort gedreht es gibt diese Drehorte es gibt die Leute die mehrheitlich aus dem Ruhrpott stammen und du merkst einfach das funktioniert halt und ja das mag ich sehr gerne an dem Film vielleicht gleich noch kann ich es vorweg greifen ich hatte es in meiner Empfehlung drin fürs Ende aber diese ganzen Details es gibt auch so einen Podcast du kennst den auch Markus der heißt eine Minute Hardcore wo drei Leute sich diesen Film ja in Minutenschnipsel sozusagen zerhackt haben und in jeder Minute oder aus jeder Minute eine Episode machen und auch ganz genau hinschauen und da gibt es auch noch mal da werden noch mal Details erklärt die im Hintergrund zu sehen sind die ich auch nach ich ich sage nicht wie oft ich den Film geschaut habe aber auch nach dieser Anzahl nicht entdeckt habe und ja ich habe vor wenigen Wochen angefangen zu hören diesen Podcast und werde jetzt auch sobald Zeit ist werde ich diesen Film auch noch mal gucken und insbesondere auf diese Details achten die da erwähnt wurden die ich bisher überhaupt noch nicht bemerkt habe da gibt es eine Menge also das ist wirklich geil die drei also eine Lady und zwei Männer also ihr Ehemann und glaube ich der beste Freund also die machen das wirklich so klasse das ist so so detailverliebt die sind überall in die Drehorte gefahren die haben sich das ja wie du schon sagst immer eine Minute geschnappt ich habe da auch lustigerweise über Peter der mir dann irgendwann mal sagte da gibt es gerade den Podcast und Peter ist logischerweise weil das ja auch so sein Erstlingswerk war und dann so ein Kult Erfolg geworden ist aber irgendwann ist das ja fast schon eine Last gewesen für den also irgendwann hat er auch so gesagt ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören und ich kann mich gar nicht mehr so freuen darüber dass die anderen den alle so geil finden weil ich habe ja danach auch noch andere Sachen gemacht und da würde ich auch mal gerne drüber reden oder was machst du demnächst und der sagte aber dieser Podcast hätte ihn mit dem Film total wieder versöhnt weil er plötzlich selber gemerkt hat wie geil das eigentlich war und was sie sich da alles haben einfallen lassen und dass das halt auch in so einer Liebe zelebriert und angeguckt und auseinandergeschnibbelt wurde das ist faszinierend was die gemacht haben also da kann man auch echt nur den Hut vorziehen die haben da ja wirklich eine Menge Lebenszeit auch reingesteckt und das ist echt klasse ja ich glaube sie sind auch oder sie ist glaube ich vom Fach sie ist Kamerafrau hat sie mal erwähnt ihr Mann ist glaube ich auch irgendwie irgendwie so in der Branche und die haben halt auch genau den richtigen Blick das merkt man auch sie erklären auch so bestimmte Kamerafahrten und so alles so Dinge die nimmt man wahr im Unterbewusstsein wenn man aber nicht in dem Job ist kann man es nicht beschreiben man weiß nicht warum jetzt irgendwie was wie wirkt und die können das halt erklären und das ergibt alles so Sinn und also mega geil absolute Empfehlung dieser Podcast und ich bin gerade erst in Minute sieben oder acht also da kommt noch eine Menge da bin ich ja noch gar nicht auf mit dem ich habe es aber nur in den Episodenbeschreibungen gesehen dass da auch eine Menge eine Menge Gäste aus der Originalbesetzung irgendwann mal kommen da freue ich mich auch schon drauf ja ich das kam oder kommt bestimmt auch davor aber genau was gerade was Kameraführung oder Kamerafahrt angeht ich habe zum ersten Mal überhaupt in einem Film diesen Effekt gesehen als auf Frankie gezoomt wird und dieser Effekt der ja entsteht indem du zurückfährst oder zurückgeschoben wirst mit der Kamera und gleichzeitig nach vorne zoomst so dass im Prinzip der Bildausschnitt immer identisch bleibt der Kopf immer gleich groß und der Hintergrund aber immer nach hinten zieht und man wirkt komplett in das Bild so reingesogen und den fand ich so mega gut diesen Effekt und der ist in so einer Perfektion ist ja auch nicht leicht zu erzeugen das musst du halt dann brauchst du halt echt einen fähigen Kameramann einfach oder eine Kamerafrau ein sehr guter Kameramann das ist ja der Vertigo-Effekt von Hitchcock hat er doch gemacht als bei Vertigo irgendwie die runterfällt und dann macht er genau das dann fährt er drauf zu und zoomt zurück oder umgekehrt zoomt ran und fährt zurück wie du sagst und dann entsteht dieses genau dieses dieses Gefühl von da ist ja was schräg was da gerade passiert ja und dann rumpelst ja sollen wir sollen wir direkt mit Empfehlungen weitermachen wenn Markus jetzt gerade schon den Podcast in den Raum geworfen hat ja ist doch super ja 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 wir sind wir sind wirklich wir sind jetzt in Überlänge ich glaube wir sind jetzt schon bei der längsten Folge überhaupt ja sorry aber ich ich hab's mir nicht ausgesucht Moritz vielleicht ist das eine gute Idee ja fangen wir an ja ich hab's hab's nicht im Paper eingetragen sorry Markus aber was ich auf jeden Fall empfehlen möchte ist auch im Videobereich allerdings im Mountainbike Videobereich das neue Video von ihren Ronan Dunn Doing Dangerous Stuff Safely Teil 1 finde ich ist nicht nur ein grandioser Titel und ich freue mich auch sehr dass es Teil 1 ist weil das impliziert dass es mindestens noch einen zweiten Teil gibt sondern es ist ja auch einfach mega cool gefilmt von der von der Action passt alles Musik passt super dazu und man hat einerseits total Bock rauszugehen und Rad zu fahren andererseits hat man auch total Bock einfach zu Hause zu bleiben und sich nicht diese Matschepampe zu geben deswegen ist es schön dass es in Videoform festgehalten ist das heißt wäre da irgendwie zwei drei Minuten Zeit mitbringt der sollte sich dieses Video mal irgendwie nach Feierabend oder so anschauen gucke ich mir gleich an sehr gut genau und für alle anderen ist es wie immer in den Shownotes verlinkt könnt ihr direkt aus eurem Podcast Player anschauen kurz auf Pause drücken und dann geht's los okay Hannes hast du was ich habe zwei kurze Sachen und zwar wir kamen letztens so ein bisschen hier über es war ja wie über Silvester wieder eine große Sache von wegen Böllerverbot und so weiter und Böller sind auch total doof was allerdings oder wo ich dann mal drüber nachgedacht habe okay also Böller an sich zum Beispiel kann ich überhaupt nicht vorstellen mehr mache ich auch nicht ich kaufe auch kein Böllerkram aber was ich immer noch wahnsinnig schön anzuschauen finde ist unabhängig jetzt vom Feinstaub ist tatsächlich ein schön choreografiertes Feuerwerk so was wirklich auf Lichteffekte setzt und nicht auf Knallen natürlich Knallzeit aber so und das wurde ja auch dann in den Raum geworfen hier auch von mehreren Bürgermeistern ob man nicht sowas macht und dann Böller halt an sich verbietet und man ein schönes großes Feuerwerk macht das ist ein Safe es knallt halt einmal eine Viertelstunde und dann war es das und darauf bin ich irgendwie bei YouTube über ein Video von einem Großfeuerwerk wo steht im Titel 50.000 Euro glaube ich verfeuert werden was ziemlich bekloppt ist aber es ist einfach wunderschön also gerade das Titel es ist wirklich wie das halt einfach funktioniert in der Choreografie in dem Ablauf ist einfach wunderschön anzuschauen das würde ich gerne empfehlen ist glaube ich auch in 4K sogar und ja ist einfach ist einfach der Knaller das sich anzugucken also obwohl man es dann wirklich auf den Fernseher guckt denkt man so boah ist das Hammer also das war wirklich schön und das Zweite 50.000 Euro hast du gesagt krass ja es ist aber tatsächlich es ist halt eine 20-minütige Show also es ist wirklich da ist okay dann geht es alles mögliche ein Schnapper ja es ist halt es ist schon so eine Sache wo du sagst das ist halt kann man sich schon vorstellen dass es so viel kostet allein was die halt da fabriziert haben kann ob was macht ist die andere Sache aber es sieht einfach sehr schön aus und das Zweite ist was mich noch mehr beeindruckt hat in diesem Jahr mindestens unser Markus und Moritz die wissen es ich bin einigermaßen Darts Fan und es gab die Darts WM natürlich immer die läuft über den Jahreswechsel ungefähr also Ende so geht im Dezember irgendwann los bis kurz nach Neujahr und das Finale fand statt zwischen Michael van Gerven und Michael Smith und Michael Smith mag ich persönlich sehr gerne einer meiner Lieblingsspieler und es war wahrscheinlich das beste Finale oder eines der besten Finals aller Zeiten denn es wurde in diesem Finale einen neuen Darts geworfen was erst glaube ich zweimal in einem WM-Finale überhaupt oder einmal vorher in einem WM-Finale überhaupt passiert ist das bedeutet du musst beim Darts wer es jetzt nicht kennt ich will da jetzt gar nicht so super lang technisch werden aber man muss von 501 runter spielen man kann mit einem Pfeil maximal 60 Punkte erwischen und du kannst diese 501 in 9 in 9 Pfeilen 8,35 genau genau musst du die im Prinzip auschecken also das ist das geringste an Pfeilen oder das mindeste an Pfeilen was du brauchst und wenn man das halt schafft ist es ein 9-Darter und du musst mit einem Doppel auschecken also mit einem äußeren Ring und es ist nicht es ist wirklich super schwierig es gibt alle Profi-Darts-Spieler haben schon mal 9-Darter gespielt aber das in einem Profi-Match und dann TV-Match und dann nochmal im WM-Finale ist eigentlich unmöglich also wie gesagt passiert kaum und die haben das tatsächlich in einem in einem Lack dann so geschafft dass zuerst von Gerwen 8 geworfen hat also 8 Perfekte den letzten hat er halt wirklich verfehlt um 3 Millimeter und direkt danach hat Michael Smith also die haben beide im Prinzip waren auf 9-Darter-Kurs und Michael Smith hat danach den 9-Darter-Kurs das passierte in einem Lack halt und das gab es halt noch nie und es wurde direkt danach auch von den englischen Kommentatoren als das beste Lack aller Zeiten bezeichnet und ich bin schier ausgerastet wirklich als ich das live halt gesehen habe sowas sieht man halt nicht kann man auch vielleicht nicht nachvollziehen wenn man gar nicht so im Darts drin ist aber da gibt es ein Video davon und das ist einfach der absolute Knaller also ich habe es 30 mal gesehen oder so wie lange ist denn das kann man sich das so schnell zwischendurch angucken oder ich habe den Link schon reingepostet bei uns da ins Paper ich will nicht draufklicken weil sonst spielt es jetzt hier los das ist klar ich gebe dir den Link gleich durch ich poste ihn bei uns und Markus dir schicke ich ihn auch sehr gerne hat der Markus heute noch was zu tun ja genau also das ist halt der Knaller und als kleinen Triebe noch zwischendurch Wayne Marl ist einer der absoluten der besten Spieler aller Zeiten der hat für Sky oder zumindest für den englischen Channel kommentiert und der hat so geschrieben bei so einem Leck dass seine Stimme danach wirklich komplett weg war also er konnte er konnte nichts mehr sagen aber Stimme war weg und dann sind die in Windeseile durch den ganzen Laden gerannt und haben John Part das ist ein anderer Kommentator der an dem Tag halt keinen Dienst hatte rangeholt damit die weiterhin zu zweit das Match weiter kommentieren konnten und das ist der ist wirklich der absolute Knaller ja das sind meine Empfehlungen okay ich hatte meine schon vorgezogen eine Minute Hardcore der Podcast ist auch verlinkt in den Show Notes lohnt sich auf jeden Fall okay haben wir noch neue Erwerbungen die wir hier unbedingt teilen müssen wenn ich noch was dann also ich hätte nein ich hab's nicht schon erzählt aber ich hätte nur ganz kurz tatsächlich eine Apple Plus Serie weil wir ja so Bang Boom Bang ist ja so männerlastig und es gibt ist auch gar nicht so neu ich bin drauf gekommen weil Spiegel Online hatte da irgendwie nochmal gesagt wenn ihr das noch nicht gesehen habt an Serien guckt euch das so nochmal an und dann bin ich sozusagen auf Bad Sisters gekommen das ist eine irische Serie die eigentlich glaube ich auch auf einer belgischen Serie beruht also ein Remake sozusagen von dieser belgischen Serie ist aber so ein bisschen schwarzhumoriger wohl als die die belgische Serie ist wohl mehr Drama gewesen und da geht es schlussendlich ganz simpel darum dass es eine Familie von fünf Schwestern ist und die eine Schwester ist mit einem Mann verheiratet mit dem ich auch schon mal spielen durfte mit Klaas Beng ein dänischer Schauspieler der mittlerweile ein großer europäischer Star geworden ist und der spielt ein totales Arschloch einen echten Sadisten einen echt fiesen Mann und jede Schwester hat halt irgendeine schreckliche Erfahrung mit dem gemacht wird auch immer pro Folge sozusagen erklärt oder gezeigt welche Erfahrung welche Schwester gemacht hat und irgendwann beschließen die oder relativ schnell am Anfang beschließen die den umzubringen fängt auch damit an dass der schon tot ist und dann geht es eigentlich darum wie ist das zustande gekommen und das wird dann über acht Folgen glaube ich oder sind es zehn egal sehr genial und mehr spoiler ich auch nicht erzählt und aufgelöst es ist also es ist richtig gut gemacht du magst diesen Typen echt nicht und freust dich eigentlich nur darauf dass dem was Schlimmes widerfahren ist und ja und es sind ganz tolle starke Frauenfiguren Irland wird sehr schön gezeigt oder diese kleine Stadt wo das Spiel mochte ich sehr gerne von der Location und wie gesagt tolle Dialoge ich gucke alles immer im Original kann ich nur also macht ihr höchstwahrscheinlich auch kann man auch gerade bei so einem Film weil dieses Irische klingt auch einfach wahnsinnig schön also sehr sehr zu empfehlen ist eine gute auch für Männer es ist sehr zu empfehlen eine tolle Serie tut mir leid du bist einfach in der Liste nicht drin gewesen ich schreibe dich jetzt in die nächste Liste schreibe ich dich gleich mit rein dann vergessen wir es nicht Neuerwerbung haben wir Neuerwerbungen Hannes du hast doch sonst noch was ich habe ich muss mal überlegen ich glaube da hat tatsächlich nichts außer doch zwei Sachen ich habe einen neuen Drucker und der läuft mit so Nachfüllflaschen statt einzelnen Patronen was auch im Sinne der Nachhaltigkeit ganz gut ist also Halbliterflaschen sind das oder ein bisschen kleiner und eine Zahnkrone habe ich seit heute gekauft und die Rechnung kommt wahrscheinlich noch guter ja also da wird ich habe sie noch nicht gekauft aber die Rechnung wird gekommen dass vorne nicht mehr dieses große Loch so wie ich dich kenne so wie wir dich alle kennen ja ich habe eigentlich Metallzähne hier vorne also so Rapper mäßig der Beißer der Beißer der Beißer der Beißer Jaws sehr cool Moritz hast du was ne ich habe mir ich habe lang nachgedacht ob ich mir seit Weihnachten irgendwas gekauft habe und nichts ist in Ordnung ist ja auch gut man muss ja nicht immer konsumieren ja vielleicht ich weiß nicht wann wir den letzten Podcast die Jahresendfolge aufgenommen haben ob das vor oder nach unserer Weihnachtsfeier war falls vor unserer Weihnachtsfeier war dann kann man hier wahrscheinlich die Ummengen an Weinschorle und Kölschlisten die im Rahmen der Weihnachtsfeier getrunken wurden das ist doch was super ja ich habe heute was gekauft ist aber noch nicht hier ein Greenscreen dass ich hier nicht mehr dieses Bettlaken ne es sieht aus wie ein Bettlaken ist aber tatsächlich so eine große Foto Leinwand aber die ist nicht gebügelt und das sieht nicht gut aus und ich fand das nicht in Ordnung jetzt habe ich mir ein Greenscreen bestellt dafür jetzt lieber mal ein Bügeleisen bestellt ja habe ich aber das Ding das ist 3x6 Meter das willst du nicht bügeln müssen lieber nicht Markus hast du was was du gekauft hast was du unbedingt erzählen musst ich habe ein Brugsattel weil ich solche Probleme auf dem Lastenbike mit dem Popo hatte über die lange Distanz und ein Fernreisender hat mir doch wirklich ans Herz gelegt mir doch ein also ich bin eigentlich auch Vegetarier und eigentlich soll man dann ja nichts aus Leder sich anschaffen aber so ein guter Brugsattel tatsächlich auch aus meinem Fahrradladen wo ich jetzt arbeite also ein bisschen günstiger dadurch und der wäre auch nicht mehr in den Verkauf gegangen weil der ein paar Flecken hatte aber den habe ich mir geholt weil eben dieser Weltreisende Fahrradreisende der Gottfried aus der Schweiz mir das einfach so ans Herz gelegen hat den einzufahren und dann sollte ich keine Probleme mehr haben er würde sogar ohne Fahrradhose fahren und der war glaube ich schon 65.000 Kilometer mit dem Fahrrad in seinem Leben gefahren und da hoffe ich jetzt sehr drauf ich muss jetzt aber nur einfahren weil der ist noch nicht mal montiert okay aber das hört man öfter dass Leute schwören auf diese Brugsattel wenn sie eingefahren sind genau also die muss man eine Weile einfahren habe ich tatsächlich auch nicht zum ersten Mal gehört vielleicht ist das ja auch irgendwann mal was für mich wenn mir die sportlichen Sättel nicht mehr zusagen gucken wir mal okay dann haben wir es so gut wie geschafft wir müssen noch klären wie die Getränke waren Markus mach doch mal weiter wie war dein aus der geilsten Tasse der Welt was hattest du gesagt ein Hafer Cappuccino ein Hafer Cappuccino der ist jetzt eiskalt aber kalter Kaffee macht ja schön habe ich sagen lassen habe ich nötig mit 58 also ist okay ich habe zu Hause eine Siebträgermaschine da wird er noch ein bisschen besser als hier aus der Senseo also das ist optimierbar alles klar super Moritz ja eigentlich ich meine Kombucha war ganz lecker kommt aber nicht an richtigen Kombucha ran und der Kaffee den ich in der Pre-Show getrunken habe würde ich mich Markus anschließen ist okay beziehungsweise der Cappuccino den ich getrunken habe auch mit der Hafermilch ist okay aber zu Hause schmeckt er dann doch besser Hannes du darfst die Afrik-Cola hat wie Cola geschmeckt aber dafür ist die Flasche halt einfach sehr schön ausgefräst ja fräst ja Werkstoffkunde mit Hannes bei mir auch Clubmart ist leer super geil ich bin wieder rangekommen ich trinke es jetzt wieder regelmäßiger war nur eine kurze Pause sehr schön so Leute wir haben es zwei Stunden nach zehn Hammer wir haben noch nie so eine lange Episode aufgenommen aber hat sich gelohnt fand ich fand ich auch ein sehr schöner Einblick Markus dir ganz vielen Dank dass du dabei warst den Spaß mitgemacht hast bei uns und ja danke für die Einblicke in die Tour also wie gesagt wir verlinken die ganze Geschichte also gebt gebt gern ein paar Taler da noch rein ihr die die ja da draußen zuhört und ist ein tolles Projekt vielen Dank vielen Dank dass ich bei euch dabei sein dürfte klasse Podcast vielen Dank ich kann auch nur noch eine Sache dazu sagen war ja wieder eine Aktion ich fand es auch super vielen Dank dass du da warst Markus großartig vielen vielen Dank war mega cool okay und an alle da draußen ich würde sagen viel Spaß nein ihr habt ja schon gehört ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns in regulär zwei Wochen wieder würde ich sagen bis genau bis dann tschüss 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 vielen Dank